Ok, stimmt. Ey! Ich nehm meine Hände frei auf dem Klo ohne ihr ab. Und wer redet auf dem Klo? Wer redet gerade nicht Segelboot? John? Hallo? John? Hallo? 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 Wir sind schon leider zu viert. Wir sind schon leider zu viert. Wir sind schon leider zu viert. Erstens, der hat mich gestimmt. Zweitens, er spielt World of Tanks dritten V4. Machen wir mal später. Ja, machen wir mal später denn. John, sind wir jetzt im Livestream? Ja, wir sind im Livestream. John? Ja, wir haben einen World of Tanks. Ja, wir haben einen World of Tanks. Ach du Scheiße. Der ist scheiße, schon allein auf dem Handy. Ach so. Hallo? Der ist scheiße, schon allein auf dem Handy. Ich bin jetzt im Fortnite drinnen. Ja. Yes, man hört mich. Ach du Scheiße. Hallo, liebe Damen und Herren. Willkommen hier beim Fortnite Parcours. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße euch ganz herzlich. Also unherzlich. Aber ihr könnt mich ja mal, ähm, gern haben. Und, äh, an der Stelle sage ich Feuer frei. Hier in unserem Fortnite-Spiel. So. Schön, dass hier alles schon wieder doppelt zurückkommt. Das ist geil. Das ist... Weißt du? Ne, lad mich doch ein. Ne, ne, klar, wenn ich dich als Epic-Freund nicht habe. Ähm, ja. Ähm, John, du hast Säge boten auf Freundesliste. Ja. Nein. Hier. So. Jetzt, Freunde. So, trittst du mir bei oder tritt ich dir bei? Ich tritt dir bei, weil da ja auch noch leeren ist. Ui, woher weiß denn das? Ach so. Hm. Ich hätte es ja um ein Haar vergessen. Das ist doch... Die Nummer kenne ich auch, aber wie sagt es gerade nichts. So, ich glaube wir jetzt... Jetzt können wir erstmal starten. Als sagst du Geld für das Spiel ausgibst. Ich hab schon über 100 Euro für das Spiel aus. Das verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht. Das verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht. Das verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht. Ja, du, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wo anders das Geld reinstecken soll. Ich weiß nicht, wo anders das Geld reinstecken soll. Das ist mir mein Vorteil. Es geht ja fünfmal schon längst nicht mehr. Weil ich auch schon, nein, geht ja fünfmal auch schon längst nicht mehr. Man, sparte das Scheißgeld doch mal was für was Vernünftiges für Kippen oder sowas. Ich hab Kippen, ey, hab Kippen... Ich hab Kippen. Ich hab Kippen... Ich hab Kippen... Wir können entweder in die Sitzung von Yengelköp, in die Sitzung von Lastino... oder du hast aber auch schon geld dafür ausgegeben durch das passt und ins kinder und rettet die welt nein nein rechnen die welt habe ich nicht also noch viel mehr insgesamt insgesamt 40 euro ja ich habe richtig vieles ins markt du bist doch mit der musik machen wenn ich so lange wenn ich warten muss wer ist das wer ist dein freund ja wenn das socker ist dann ja ja okay kommt also der mit abel von dem der taucht einfach mal so auf das haus geschmissen so jo erik da ist auch was auf dem z der auch gesehen und ja ich werde einfach die woche machen ist jetzt nicht so schwer ich werde aber noch mal dings fragen und so ja nur ein weiterer anfang und jo deswegen fragte einfach mal nach unten warte sind habe ich doch auch oder warte da muss ich erst mal gucken die teile ich doch auch gehabt was hast du auch gehabt da habe ich auch keine die facharbeit meinst du ne ja ja muss ich auch noch machen was muss ich noch machen facharbeit achst du hast noch nicht angefangen nö und ohne ja digga ich habe noch nicht mal ein praktikumsplatz warum soll ich mich jetzt auf eine scheiß facharbeit konzentrieren wenn ich noch nicht mal ein praktikumsplatz habe was ich schon hätte seit 20 machen sollen bewerbung habe ich abgeschickt aber die typen wenn ich ja ja wenn wir nochmal abgeben wann ist der erste abgabe kann siebten ersten bis 11 ersten mal so das werden so ungefähr die ganze woche die zeiten da aber müssen wir nur ein bisschen was anfangen wir müssen aber erst mal nachfragen bevor ich irgendwas mache ich sage nicht was ich genau da machen muss die punkte stehen drin so viel kann ich schon mal sagen vielleicht hätte ich mich auch schon morgen glaube ich war es oder interessiert ja unser lebenslauf unsere zukunftspläne wobei von ich muss ich habe von ich rede in der facharbeit über eine zukunft und ich weiß gar nicht mal richtig genau was will ich werden ich will erst mal mit der schule fertig werden wird die schon immer kommen wird ja was ist der zukunftswunsch zukunftswunsch zukunftsplan schule fertig machen naja was soll ich denn da hinschreiben maler und wenn ich dann doch wenn ich jetzt sage maler und werde dann doch mehr so handwerklich begabt naja ich wollte eigentlich mal ich muss eigentlich ich wollte eigentlich mal an doch ich muss jetzt hämmern und jetzt bin ich sehr debri weil ich habe einen scheiß job ich habe ja du kannst du sagen ich habe mit zwei kippen bekommen ich habe mit drei jahren kippen bekommen ich habe mit vier jahren kippen bekommen bis ich festgestellt habe mit 14 dass ich ein raucher bin und dass meinen freunden alle erzählt habe das habe ich niemals erzählt du kannst du kannst schreiben hartz 4 ja der wurde es dann kommt in meine welt kommt in meine welt ja leon war doch weil du da für ein scheiß was das ist auf jeden fall habe ich nicht gebaut mark sag mal hallo 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 leon ja sag mal hallo hallo ja kommst du hier rein das sagt einfach cool wir sollen mehr an die stache dingern vorbeikommen Am besten gar nicht. Komm, ich zeig's dir. Warte, ich mach vor und du musst nachmachen. Okay. Komm mal her. Ja? Komm mal her. Ja, wir sind ja hier. So. Ah. Dann so. Ja, aber lauf mir jetzt mit hinterher. Müsst du selbst machen. Komm, Leon. Jawoll. Läuf. Nein, ich wurde von hinten abgestochen. Ich hab's geschafft. Naja, ich bin bei der vordersten ausgewichen. Und wurde von hinten denn. Nein, ich war zu weit. Ja, wow. Ich bin gestorben. Und, hopp. Mark, kannst du bitte die Box ausmachen? Der Ritter muss. Mark. Dürfen wir gleich, Santiano mache ich nicht aus. Ich habe nichts gegen Santiano, aber ich habe damit ein Problem, dass es die ganze Zeit hier übertönt und so weiter. Wetter. Ja, danke. Nein! Alter Mann! Du musst schon ein bisschen schneller sein. Ja, ja. Ich muss richtig treffen, vor allen Dingen. Na, komm, Leon. Zeig uns, was du drauf hast, Sheriff. Oh, Sheriff Gurke. Nein, nein. Oh, 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 oh. hey wenn diese dämlichen Tasten nicht reagieren Leon wo bist du aber nur wo man schon weiter bis zu spüren ich bin die Hacke ich habe bezahlt ich will was sehen ich habe es hart ich will was sehen Lauf, 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 lauf Lauf Ja, wow Lauf, Digga was bist du denn Lauf, lauf, lauf Alter Er hat es richtig gerissen Run Mann, ich blöde da hinten, du um Ah, nein, ich kann nicht Bei mir sieht es aber auch gerade nicht besser aus Ach, wie doch mal die scheiß Fallen Kann es ja nicht sein Kann es sein, wo Ah, Leon, mein Das war's wieder komplett, alter Und das würde ich auch gleich Ich sehe schon, wie du da Häh, von hinten Ich war gar nicht mehr hinten auf der Plattform Häh, von hinten Mh, die stechen trotzdem Habe ich auch schon bemerkt Jan, 1, 2, 3, VW, 0, 9 Leck Tade Lavin Malek Nisch El Brutalo Hey Junge, wenn du einmal Du, du, du darfst halt keinen Schritt Falsch machen, habe ich das Gefühl Segelboot Städt Ja Zocker ist beigetreten Zocker? Bist du nur da? Oh, Leon Oh, Leon Hat jetzt richtig was gebracht Naja, wenn die Fallen Wenn die Fallen sich nicht aktivieren Digga, wenn die Fallen sich nicht aktivieren, was ist das? Sache ist Die Party, da kann jeder die Anteil der Spieler ändern Segelboot Segelboot, Junge Okay, ich warte jetzt hier vorne Ja, warte da am besten Lass uns das machen Was denn? Eine halbe Stunde noch Wenn ich das Spiel drauf Bei mir Eine halbe Stunde warten Ah, Junge Das hat mich das erwischt hat Ja Du stirbst bei der nächsten Bei der nächsten Bei der nächsten Mission Äh, lol Ja, zocker rennt hier einfach mal Äh Warten waren Paul und zocker hier Die können doch ruhig mal Ach, auch party Nein Ey, das ist so knapp King lernen Ah Oh, zocker jetzt hier Glaubt ihr, ihr schafft das? Wir schaffen das Wir schaffen das Ja Ja Aber ohne Was? Was sind zocker werfen zockern? Naja, hier ähm Zwei Kumpels von mir Ah, die sind in einer anderen Party Ja, wow Schön, dass vier Versuchen hier loszurennen Ja, warum schubst der mich? Du weißt du mehr? Kann man, kann man nicht schützen Ne, er stellt sich bloß vor mir hin Damit ich nichts machen kann Ey, Digga, ich bin aber jetzt zurückgegangen Das spielst du unlogisch Ja Ey, ich komm jetzt zu euch Und dann müsst ihr einfach hinter mir herlaufen Nein, wir laufen nicht hinter dir her Das hat uns nicht gebracht Ich schaffe das alleine? Wir schaffen das alleine Oder gib dir auf Nein Ich geh mal lang Ich geh mal lang Ich geh mal lang Ich geh nicht auf Ich geh nicht auf Ich hab ein GTA 5 Parkurs nie aufgegeben Also den hier auch nicht auf Den Parkur hab sogar ich gebaut Ah, sieh Ah, sieh Ah, sieh Ah, sieh Sieh gut aus für mich Ok, es fiel Ah, ich schleiche durch die mein Partner Ja, da war ich Man Man Es war so knapp, man Zwei verfickte Fäder hätten mir gefehlt Und bei Dings auch Bei, äh, Kicking werden auch Da habe ich einfach einen Fehlschritt gemacht Mit Zocker und Kettenhauern hier Mann, ich hab mich mal Alter, man stirbt Obwohl man die, äh, Nagen gar nicht berührt, ne Das ist schon echt unlogisch Junge, halt's Maul, ehrlich Wow, Zocker rennt einfach mal durch Ja moin Der hat ja überhaupt keinen Plan Scheiße Der hat ja überhaupt keinen Plan, Alter, weil der da macht Der rennt da mitten ins Feld Zack Oh man Jungs, joint, joint of party Ich weiß, dass einer von euch Flitzpeak mein Leistung besieht Den, den, den Den Den, den Den, den Den, den Nee, aber einer von denen Ah, wieder zu weit nach vorne Ey, schon, das kann doch jetzt nicht sein Ja, ich mach abzu- also, ich mach halt immer diesen Schritt zu weit nach vorne Oder Ja, du deine Tricks Sehr schön Ich komme meine Freunde Siege wurde einer, äh, hau ab da Komm Ey Seegeburt Ja Ja, was los Wie du dich da gefahren weg, ne Äh, äh, äh Äh, äh Nein, nicht wegen Ne Äh, ne, wieder zu weit nach vorne gerückt Äh, manchmal Fettfinger, ich habe auch einfach Der eine mit der Katze, der ist voll gut Mit der Katze? Käpt'n Paul Ja, ja Ähm, stell mal die Party auf mehrere Spieler Unsere Party ist voll Stell mal auf 8 oder so Bitte Wer auch immer hier Partybesitzer ist Naja, wer auch immer Partybesitzer ist Wir kann jeder machen Ist auf 8 Okay Jungs ist auf 8, ihr könnt 里 Da kann jeder umstellen Ja... Hallo Zocker Komm, Paul auch noch? Alles klar Äh, zocker Junge Oh, ich muss ja nach vorne laufen Oh, Junge du stehst aber auch vor mir hinter mir hyper hyper es fehlt aber captain das ist so eine scheiße aufgedacht ganz ehrlich die alles gebaut alter das kompletten speicher vor dem ich gerade nach oben ja alles klar ja gut da oben noch ein job geworden leid hängen fallen paul jungen du ziehst aber auch durch leon leon mann noch und noch nicht noch durch du musst jetzt diese treffe ohne stelle und am anfang an der und hat es geschafft hier ist ein und jetzt check point alter jetzt warten wir auf die anderen ja das kann noch dauern das kann es lange dauern soll ich den king leon schon mal weitermachen nein wartet das ich glaube captain paul wird es auch geschaffen nein ich gehe hoch jetzt so du musst hier hoch hier und dann hier zwei jetzt müssen wir noch auf die anderen zwei ich habe noch lange dauern nachdem ich will die nicht sehen schafft ihr na moin nein hin snk jetzt ziell ich warte n new ich habe mich verwenden 3 warte n du es war nicht abgemacht dass man wenn ich diese mission normal machen muss wir müssen auf die zocker warten ja noch weiter und sagen zur jungen heute ist hier ja ich weiß dass die nächste aufgabe schon mal wird an leon diga hammer auf du miss geburt verdammt bin ich reingefallen auch immer schon mal weiter und stirbt darunter gefallen leon stirbt leon stirbt beinahe wäre es passiert vielleicht schon mal weiter laufen ich bin ja runtergefallen ich habe noch 20 ich bin hier runtergefallen ob wir da rein zocker 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 ja jetzt das nicht was mit ihr los wer macht hier schon weiter ja ich bin hier runtergefallen na gut das ist leichter das habe ich schon auch mal gemacht das geht wenigstens aber das war kein horror das war richtig geil das gibt es vielleicht nochmal geht es schon weiter oder was da oben diese drei bahn ja das bleibt ja leider da liegen auch so fallen aber nur eine ist richtig nur eine bahn ist richtig aber der hätte man ein paar minuten naja das hat standard für meist wenn die worte drüber an habe über ein zweiter ton aus nein bitte nimm mir nicht guck mir das so lange an, wie du das hier Downloaden tut na 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 und dann nebenbei noch mal birgt Och. Und dort. Geben wir den Jungenwald auch hoch. Dankeschön. Ich hab auch einen Daumen hoch gegeben. Das ist aber nett von euch. Hui. Uah. Habt ihr es jetzt alle geschafft? Zocker. 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 Ich glaub da sitzt du noch bis 0 Uhr dran. Zocker. Zocker. Darauf erst mal ein paar Kinderbonbons hier. Also Kinder-Schokobonbons hier. Geh Leute. Marktprodukt. Ne? 19 Minuten. Was? 19 Minuten? Was laberst du? 19 Minuten. Dann ist das Bier drauf. Achso. Der hat sich auf der kleine Couch gelöst. Kalle, der wieder bellt, ne? Der Lichtchen, der hat in meinem Zimmer selbst eine eigene Hunde. Der liegt da ja gerade drauf. John, mach weiter. John, versuch's wenigstens. Wir haben's alle geschafft, also musst du's auch schaffen. Ja. Und wenn's, äh... Wenn's schon H-Punkt geschafft hast, dann wirst du's sicherlich auch schaffen. Äh, was soll das jetzt heißen? Weiß ich nicht. Jaja. Wer ist schon H-Punkt? Diese dumme Missgeburt. Na du? Nein. Wer ist schon H-Punkt? Ey, ich mach den. Ich mach den. Ich mach ne Ansage. Achso. Ja, dann machen wir ja. Kannst du dir selber ne Ansage machen, dann bitte. Ey, Marc, ich weiß noch, also da, ähm, hatten wir ein Kumpel noch mal erzählt, dass mit deiner Ankündigung auf meinen Freestyle bis heute noch nicht gekommen. Ja. Wird aber mal langsam Zeit. Du musst noch mal ne neue Ankündigung raushauen. Oh. Wahnsinn. Yes. Kannst du ja gerne machen. Na, dann wär's ja nicht mehr relevant. Ey, was? Anna Affe. Punkt ja auch noch drei, komm, let's go. Warte. 1, 2, 3. Chameleon Affe. Yes. Ich versteh die Aufgabe nicht. Jetzt können wir warten. Also man soll hier irgendwie wieder durch die Stacheln durchkommen. Ah. Und immer auf unterschiedlichen... Ja, das ist so ein paar Blödsinn, Alter. Captain Powell? Ja. Willst du mir ne Freundschaftsanfrage schicken? Ja, wer bist du? Wie das klingt, John? Ich bin Segelboot. Ja, wie das klingt. Hast du ein Segelboot? Segelboot? Nicht Segelboot. Hast du Segelboot? Ja. Ja. Auf jeden Fall. John ist da hinten immer noch am Verzweifeln. Welcher John? Es ist... Also ich bin ja hier auf Platz 4. Wollen wir schon mal weitermachen, weil ich weiß nicht wie lange ich online darf. Nein. Du wartest. Du wartet. Segelboot. Ohne Scheiß. Erstmal noch auf'n Baumung lutschen. Du musst hier ausluten. Wieso? Ja, jetzt habt ihr mich runtergeschoben. Direkt nicht Torte. Wie komme ich hier rein? Äh, du musst respawnen. Achso, ja. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Ich bin rot als Teilen. Äh, respawnen, äh, options, so nach auf respawnen und danach rein. Achso. Oh, halt echt nicht. Ich, ich, ich bringe Richtung John hier guckt und dachte, ich muss die ganze Scheiße noch mal machen. Nein! Löst doch mal! So ne Pisse, Alter. Dreckfalle. Äh, hä. Hattest du mich erwischt? Loll, so kann man das abkürzen? Ja, machst du? Da hab ich gar nicht mal gesagt. Yes, mir nachhieß. Hey, das war's schon? Ja, hab ich. Au. Achso, dann schaffst du das nicht. Du bist noch ganz hinten. Ich, ich bin schon richtig weit. Ich komm nicht noch da. Ja. Ja, du, ich lass dir den Vortritt. Gerade bin ich vorgerannt. Ey, aber ich kenn die Web schon, du musst vorlaufen. Ich sag euch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Bis zum nächsten Checkpoint kommt keine Falle. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. C-gebot. Auf jeden Fall solltest du später mal einen Job haben. Irgendwie. Du solltest eine Kampagne aufmachen. Äh, irgendwie auf RTL oder so eine Sendung machen. Challenge. Oder? Warum? Der will ja Verkäufer werden. Verkäufer? Ne, das passt zu dir gar nicht. Digga, du müsstest beim Dschungel, du müsstest bei, ich bin ein Star und mich hier raus teilnehmen, um die die Aufgaben zu erklären und all so ein Mist. Also, du gehst jetzt hier. Du musst hier lang. Du gehst dann dauernd an der selben Stelle. Hier ist eine Falle. Du musst nur hier rein. Jetzt musst du hier rein. Die Stelle. Die Stelle kann mich nicht leiden. Ja, und du, sie hat wahrscheinlich auch nicht. Ich habe hier gerade ein Regal gesehen, wo ich drauf springe. Aber auch nur, weil ich nicht an der vorbeikomme. Ich muss ja einfach nur vorsichtig laufen. Verdammte Scheiße. Da würde ich einfach gerade durchrennen. Ja, gerade durchrennen. Okay. Ich zeige euch mal, liebe Zuschauer, wie Marc das jetzt am besten machen würde. Und Magazin, hab's geklappt. Jetzt bin ich auch gestorben. So. Also, in der Mitte einfach durchrennen. Jetzt bauen wir ja dringend nichts. Also, mache ich das jetzt nochmal von vorne. Und mache das mit meiner Taktik. Hier wieder. Ist hier ein Jackpoint irgendwo? Hallo? Äh, ihr seid da schon da oben, Alter. Leg mich am Arsch. John? Du bist immer noch bei diesem Einfallen-Tunnel da. Ja. Wo ich ihn hier gar nicht. Junge. Ich komme nicht mehr raus. Aber ich bin beim Stachel-Tunnel. Es ist so zu kotzen gerade. Ey, du musst auf das Regal drauf. Ja, ich versuch's. Hm. Ich bin jetzt ein Jump in Run-Profil. So, und jetzt läuft durch, läuft durch. Warte, warte. Ich kann die Falle kurz aufrufen. Warte, warte. Ich kann die Falle kurz aufrufen. Wer kommt da gerne? Wer ist da gerne? Ich lass dir mal den Vortritt. Ich bin jetzt runter. 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 Der Geburt. Ja, warte, ich kann die Falle kurz aufrufen. So. Ein Schritt zu weit nach hinten, ne? Aber sonst wäre ich beinahe durch gewesen. Autsch. Was? Autsch. Warte, das ist keine Falle. Das ist keine Falle. Das ist keine Falle. Zocker, kommst du noch mal rein? Das ist nichts, wenn zwei gleichzeitig losgehen. Mann. Alter. Durch, durch! Ah! Nein! Nein, Junge! Ich hab mich da noch nicht rein! Junge! Ich hab da noch nicht rein! Junge! 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 Ne, ne. Das ist Motivation. Ich muss einfach runter. Das ist mein Problem. Hauer. Ja. Das Einzige, was mich aufregt, ist immer so lange rumspawnt hier. Ja, das kann man direkt ausstellen. Wenn mal raus ist, ist mal raus. Die Türen sind hier, Alter. Welcher Schlange raus? Ja. Ach, Alter. Ich hatte sie zum Sprung. Ich muss am besten vor, aber halt, als ob das Ding mich jetzt erwischt hat. Komm! Komm! Das war jetzt wirklich knapp, Junge. Lass mich das Ding da erwischt. Jetzt komm ich nicht mal dieses Scheißregal hoch. Was ist das? Jungs, ich werde euch noch einholen. Kostet es, was wolle. Jaja. Ja. Mich muss auf jeden Fall einholen. Ich renge gerade die ganze Zeit an. Das ist ein Scheißregal. Hallo, ich stecke hier fest. Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt. Oh, das ist ja noch einholen. Nö. Jetzt fäng ich jetzt wieder fest an. Diese dumme, diese dumme Scheiße hier. Was ist das denn? Alter. Hallo. Ey, Junge. Du, du, du bist doch. Ich fäng immer an dieser Scheißstelle fest. Du hast uns Regalscheiße gebaut. So. Ey, komm, ich helf dir. Komm, Captain, Paul. Ich helf dir. Jetzt bin ich noch runtergefallen. Ich bin gerade unter dieser Scheißen Bohr-Plattform geboren. Komm, Captain. Dann muss er selber vorlachen. So, im Geheim. Ja. Jetzt häng ich jetzt schon wieder fest. Mach das Scheißregal weg. Ich hänge fest. Äh, jetzt merke ich aber, das wird jetzt mein Moment. Dinge, du sollst denn hier bitte schon weitergehen. Warum sterbe ich denn da? Nicht mal nahe nix. Wie soll ich denn da sterben, Bruder? Ja. Ja, du musst die richtige Tür finden. Finde einfach die richtige Tür. Ach, Marc, halt die Fresse, ehrlich jetzt. Ja. Ey, weißt du, dieses Ding will mich doch verarschen. Es ist doch, es ist doch nicht mehr normal. Nee. Paul, wo bist du? Ich hänge hier oben fest. An diesem Scheißregal immer. Ich komme ja nicht hoch. Ich komme ja nicht hoch. Ich komme ja nicht hoch. An welchen nicht da? Äh. Was du mit denen aus? Ach, schrocken, Alter. Komm, 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 komm. Ach, komm, 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 komm. Warte, kann ich ja noch da bleiben wieder Falle. Soll ich die Falle machen? Wieso aktiviert die Falle? Wieso aktiviert die Falle? Wieso aktiviert die Falle? Nicht durch, 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 durch. Was? Äh, Sorge, schade. Komm, 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 komm. Jetzt neuerst du dich fertig. Aktiviert. Oh, okay. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Geh mal her, geh mal her. Ja, warte, es ging nicht. Ich hab nicht mehr. Ja, geh mal her. 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 Ähm, John hängt immer noch an der Ehen- und Endstelle. Ja, wöch? Los, komm! John, warum dacht denn das mehr? Ja, ja. Mal aktiviert die Falle, mal nicht. Es ist doch vollkommen zum Kotzen. Ja, ihr müsst vorlaufen, ich kenn den Person. Sonst macht's ja vorlaufen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, ich sei abgesperrt, da geh ich. Ich will nicht lang. Ich bin so alle tot. Zack. Alle drei. Sie sehen den. Okay, ich geb euch einen Tipp. Ihr müsst hier auf diesen Dingern da so entlang gehen. Fick dich doch einfach, du scheiß Falle, Mann. Ja, ist nicht klar, das hab ich von unten auch schon gesehen. Ach, Mann! Ey, das wird... Nein! Komm! Ich bin Hunger. Du hast Herzenfack. Nicht schubsen, also. Ja, klar, also... Vielleicht... ...kommt so ein geiler Sprung, ey. Leon, komm, das schaffst du! Leon! Oh! 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 Ich bin früher gepackt. Warte, es backt bei mir voll, Alter! Keine! Tja! Man hört uns zwar bei... Jon, den hör wir in der Party ja nicht mehr. Spreng! Ah, shit. Ja, warte, ich muss meine Hür ausgehen. Der auf mein Handy, alter, hat so geleckt. Ja, warte. Ja, gelaufen noch mehr nach hinten. hört man mich jetzt auch bei mir welche tür geht noch mal rein jetzt noch geschafft da ohne mit auslösung ich mach den fertig ich mach den fertig ich steppe man dasselbe stelle jeweiligen dumme pixel ja wenn es so einfach wäre jetzt komme ich ich komme mir einfach nicht hoch man jedoch weiter ja wo ist ja was achten noch da unten das kleine noch ich dachte ihr vortritt sicher und ich komme ich hier weiter wie komme ich den jetzt weiter der dach er hat uns ohne jahr man hört so strömen live stream john hört uns ja na klar höre ich euch ich höre bist du bei dem jetzt jetzt kommen aber wie ist wie es lebt wieder alter mann und da sind wir fallen nein wir sind keine feine ich schwöre ich ihnen keine feine ja von fallen habe ich auch nicht schnauze voll diesen menschen jetzt hat man runter zu fallen der jack dann wird waren bei dir los ich habe doch die ganze geschehen er schießt denn hier ein will ja aber wir haben sich die ganze zeit ja nicht höher sind so welche bots dann ist nur das arsch noch über das kabel gesteuert meine die stelle plötzlich an wo jetzt hin wo jetzt runter warte ich sagte ich sagte scheiße noch in erweitern die partie ist voll habe ich jetzt verkackt wo bist du der geburt komm mach mal auf hier alter das ist nicht der oder ich kann das nicht auch machen ich kann dir gar nichts machen ich kann dir nicht das kaputt machen die können die sind nahe nicht erreichen junge hätte um ins loch fallen müssen ja müsstest du das schafft man doch nicht wie soll man das denn schaffen genau ins loch fallen das ist scheiße ich war da ganz hinten was ist das ziel überhaupt was muss man hier finden ja ich bin ausgang ach so ja habt ihr das für erst zwei geschafft ins loch ja das war nicht gleich ja das war nicht gleich ich kann das nicht für mich wenn du einer herkommt die fallen immer auslösen kann ich ja nicht so etwas vorbei ich schwöre man muss es noch nicht ich habe mich mit absicht zugelassen ich werde hier aber auch nicht mehr vorbeikommen das ist schwierig ich will gar nicht mehr vorbeikommen kann er sein dass wir den aufgang ich habe schon wieder eine falle gehört man kommt dir einfach nicht vorbei das geht nicht das ist das ding ist ich bin ja gerade irgendwie rum ich sehe dich nicht mehr hier ist die wache dir auch ich sehe überall welche paul ist schon wieder einer wir sind wieder ich muss von vorne wie anfangen man kann ey nicht gegen mich ich sage dir ich gebe dir einen tipp ich gebe dir einen tipp du musst an einer wache vorbei um die letzte tür zu finden Kein Deckpoint, im Ernst? Du hast die Checkpoint so scheiße gemacht, Alter. EIN BÖGEN! Ey, ich hab so'n verbündet! Kein Checkpoint! Kein Checkpoint! Kann ich ein Checkpoint bei den Paletten sein, Alter? Das hast du ja nie geklissen. Mach mal vor, wie will man das schaffen? Wer ist denn das da? Dieser komische schwarze Ritter? Ich hab den Sprung nicht mal schafft. Wer ist denn der schwarze Ritter? John, wo bist du denn immer noch? Ja, genau da erinnert man euch, John? Ja, ihr. Ich hab' wir! Ey, Mann, was ist denn das für ein blöder schwarzer Ritter, Junge? Oh! Entschuldigung, Mighty! Ich wusste nicht, dass du's bist. Eine von der Tür ist richtig! In einer Tür ist der Checkpoint! Seelgebot! Seelgebot, Alter! Seelgebot! Hallo! Ja, hier ist der Checkpoint! Komm' hier rein! Seelgebot! Ja! Mal gucken, was bei den anderen Türen ist! Ich muss ja ins Loch fliegen! Ja, du musst es dann auf Soundpad! 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 Komm! Weiter! Da wollen wir einen Autoschlüssel hier oben! Endlich geschafft! Endlich geschafft! Ich geh' erstmal kurz noch mal gucken, ob ich den Checkpoint-Lock ich hab' Ist das ein Labyrinth? Nee, Junge, ey, ich bin zwei dumme Stachen-Scheiße da weg! Funktioniert! Piep doch mal! Ist ein Labyrinth mit Fallen oder ohne Fallen? Ohne Fallen! Das wirklich ohne Fallen! Aber da sind Leute, die dich schießen! Die auf dich schießen! Die dich schießen! Die dich schießen, Digga! Das ist deutsch! Die können wir ja nicht anhaben! Ich bin zu gut für dich! Ah, Mighty ist auch hier bei mir, Leute! Der... Ey, du musst hier zu mir! Du musst zur Treppe! Ja, vielleicht! Du musst zu essen! Sag mal, hast du kein ordentliches Headset, oder wie? Nee! Also, gleich mal in die Antούre noch reingucken! Junge, ey, Junge! Alter, ey, da! Muss den dieser Ausgang, alter, rörend nicht aufgrund sein! Verarschen! Ich werd schon überall lang gelaufen, überall! Weiters, ich hab mal doch besser gesagt! sehr gut ja ich bin überall lang gelaufen schon mal du musst an einer wache vorbei eine wache will ich bin schon drei wachen vorbei ja es gibt eine wache und hinter der wache ist so eine treppe nach unten und dann kommt das beste was es gibt ja nie alter das ist so eine bekiffte scheiß aufgabe alex hallo wir machen ein paar coolen bei segelboot hallo was macht ihr gerade wir machen ein paar kur und ich bin total jetzt keine beschissene treppe ich wette danach kann ich sehr gut weil ich den parkour geschafft das ist genau ich bin dann ein wachen vorbei hat alles schon wo ist denn eine beschissene treppe da kommen alex kommt das sind die machen wo bin ich denn jetzt hier hast du es gefunden du bist ja bin ich richtig geradeaus geradeaus jetzt hier nein wie soll ich sie denn zeigen jetzt hier jungen dieser thema jetzt nur nach links je nachdem wie du stehst er gegen das mal hier was er ja ganz hinten die wache einfach ja die ist halt ganz hinten vor dem ausgang da sind ja überall die türen offen nein da ist falsch da ist falsch da bleibst du nun ja ja wie das lebt doch hier ewig jetzt nicht ja aber an der seite sind da überall stacheln ding aber was was bringt mir das wo jetzt ja weil das trifft mich doch da war der pflege wo gar nichts ist ja aber der übergang war der übergang ich wusste ich zeig's dir komm her nein ich mache ich verzweifle richtig alter wo ist denn hier ne beschissen sonnen ja siehst du meinen gamertag siehst du meinen gamertag lea ja ich komm jetzt schon ein bisschen und jetzt hier zu mir zu meinem gamertag ich komm rein und dann habe ich wo ich bin dann durch die türen ja durch die ja durch diese ja durch hier hier durch ja ich bin jetzt hier ja du musst hier rein hier wo ich stehe da gibt es kein einer da kann ich nicht hin wo soll ich denn kommen doch da ist einer da ist aber eine wache du musst durch die wache gehen ja wo durch die wache ja hier hier wo ich stehe ja ich bin da bei der wache und dann ging ja jetzt lauf so und dann so hier ich kann dann nirgendswohin hier ist doch eine tür kommt mal rein da ist keine tür leute kommt ja komm mal zu mir ich bin jetzt weiter hallo ich bin weitergekommen hilfe da ist ja ja da wo du stehst da ist keine tür da war keine tür ja leon alter ja da wo du stehst da war keine tür ja ich bin unten ich bin immer noch da da wo die pfeil nicht an der wand da kannst du einfach vorbeilaufen ja ja ist ok jungs ich bin genau da wo die tür ist ok einfach geradeaus durch komm einfach viel weg ausdruck jetzt verschmeißen lol muss wieder hinkommen erstmal ja moin dankeschön paul ja moin sorry sorry my d oh warte kurz ich muss kurz die anderen stimmen das geht zu laut alter ich kann mir helfen ich weiß nicht wo ich weitergehe ach hier paul bist du es ja paul warthoffen jetzt ja hör mir zu lauf hier und jetzt hier du siehst die tür nicht geh hier durch geh hier durch geh durch die tür und jetzt hier 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 zu mir hier hier ist natürlich wo man muss sich beitreten segelboot und natürlich macht das genau macht das das wird geil ok ich bin jetzt ich bin jetzt auch gleich oben jungs worum ihr seid das ist da unten schon ja moin ja wie alle verzweifeln guck mal in der partner doch mein arm ja chill doch mal ja diese eine typ ist hinter dir ja gesundheit grüß grüß gesundheit wenn ich hier irgendeine falle ey man was ist denn das für bescheuert weil man geht durch die tür zack falle schön ja seitwärts man halt ey seitwärts komm mal her komm mal her komm mal her komm mal hier zur party und ähm hier genau ich glaube ich habe Fehler gefunden ich bin hier irgendwie gerade in der Haus drin also seitwärts kommt du mal her das ist mega nice oh was ist denn das jetzt muss ich noch dieses scheiß fallen gegen schaffen muss ich hier rein also segelboot deine respawns sind echt schlimm ne alter ja woher denn ja woher denn ja hier leon leon ist drin segelboot und so komm einfach rein es ist mega mega geil hier seitwärts bin ich hier reingekommen ach du hab muskeln oder das kennst du ja ich renne die ist ein talium rum in dieser burg ich weiß nicht wie ich hier rauskomme ah hab mal ausgang ich bin der hole mal die du musst zu hoch Alex bist schon drin HÄH! Und dann hier ist der Check Alter ist es sogar so Na und schweißt Aufs Dekrobot seine Insel Ah der gollyte Mitte Dann hast'u okay doch treffen die bot denn fast alles alter Verdammt! Verreckt auch mal! Das wäre nett Okay Aua Wo ist der nächste Checkpoint, Digga? Paul ist jetzt beim letzten Checkpoint Er muss nur noch den letzten Checkpoint finden Lama Kadabra ist ja mal ein geiler Emote Ja Hallo Würde ich mir sogar leisten Äh, warum hat man jetzt überall Pflanzen? Ich bin mein Weihnachtsbaum Ich bin mein Weihnachtsbaum Yes, wer ist mein Weihnachtsbaum? Ja, dann musst du dir jetzt deine Tür aussuchen Nur eine ist richtig Ja, meinte ich verstehe dich kaum, Digga Äh, mach's! Warte, knapp weiter Ich hab keinen Bock noch mal zu sterben, Alter Nein Ey, das ist nicht mal witzig, Alter Ich konnte eigentlich schon denken, dass der bitte nicht richtig ist Mach du, mach du Ey, das ist Spoiler! Ähm... Das sind 6 von 7 steht da Ja, Moin Aber John, wir spielen dann auch ein bisschen Rettet die Welt, oder was? Ja Und wann hast du Rettet die Welt, John? Hohoho Ja Schon ewig, gell? Yeah Das war scheiße knapp Okay, jetzt weiß ich wo, jetzt weiß ich wo der Ausgang ist Ey, du blöder Arsch, du Das ist so geil, ne? Foul Alex, du musst du aufhin... Das kann ich ja mittlerweile Du musst auf jeden Fall an die Staffeln vorbei Schuck mich da nicht rein Ja, aber wie? Du musst vorne an der Kante Ja Quasi auflaufen, dass die Fallen sich dann aktivieren Segelboot, ich weiß nicht wo ich lang muss Aber so an den Staffeln, dass die Staffeln nicht treffen, oder was? Dass die Staffeln nicht treffen Also du musst, du musst vorn zum Rand Ganz ehrlich, Alter Und dann musst du... Zurück gehen, wenn die nochmal ausfahren Ah, was war das denn jetzt? Verrechenhaus Alter werde ich jetzt vorgucken Ne, kürzen paar Stunden, Alter So viele lauter Alter Leon, du bist der lauteste Ja, so Leon, alter Beschädigt, Alter Wo ich Tannenbäume wagen Ja, komm hier zu mir Ey, ne Ja, wie kann ich zu dir kommen, ich weiß nicht, wo es denn nochmal lang geht Ja, wo geht's denn hier lang? Wie kann ich denn nach oben? Nach oben? Ja, ich muss irgendwie zu mir kommen Komm mal zu mir, hier bin ich Hä? Alex, komm Hier ist keine Falle, komm Da haben wir doch nichts von Oh Alter, da war Warte, aber ich mach noch schnell zu Ende Ja, hier nach oben Oh Leute, ich hab' gleich gesehen, dass da unten Mal wieder mal ein paar Missionen Ja Ich hab' dich hier noch gesagt Ich stehe Du musst jetzt auch mal, ne Nein, hier nicht, noch lange nicht Ey, das lange nicht gefällt mir nicht Hallo 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 Boah, Junge Mädel Äh, seit wann ist Rüze bitte hier? So Rüze, seit wann Markt, Digga Seit gerade eben Ja Und weiter Spoiler ich dich nicht Du musst jetzt durch das Schloss finden Hier sind auch noch ein paar Fallen fast weg Die Spoiler ist nicht weiter Oh, Alter Scheiße Scheiße, ich hab' gedacht, ich könnte dazwischen Ich muss das probieren Ah, ich hab's geschafft Oh, oh, oh Guter Trick Oh, runterfallen Ich hab's geschafft Mehr und lang Ne, hier fällt man runter Oder? Ja, wo lang geht's? Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, ich guck' grad Ja, jetzt hast du gewonnen Ja, was soll ich da machen? Wow Ja, gar nix Jetzt Jetzt kannst du sagen, dass du gewonnen hast Lol Paul hat gewonnen, Digga Hermann Ja, ich bin mit ihm, Digga Ist ja gar nix Eigentlich würde ja ich Eigentlich würde ich mit ein Junge V4DR Junge Meine Welt ist richtig Fan Wie kann man Inselcode veröffentlichen? Das war der Eingang Lol Hör nochmal zurück Ist ja auch noch nur Ach, hier ist auch Ey, Mighty Geh mal rein Geh mal rein Du musst an der Linie Komm ich nicht mal zurück Ich bin wirklich überfragt, wo wir es nach hinten sollen Mach, komm Komm Ich muss wie gesagt Ich war jetzt Ey, geh mal Richter Warnerschöne raus Das ist so kack hier Hier los Hier geht's lang Wow Wow Alter Ja, richtig Ey Ich bin voll erschrocken, Alter Ich bin voll erschrocken, Alter Ich bin voll erschrocken, Alter Ja Der Parkour ist sowas von Jetzt keine Ansteckigen wo du lang gehst, ne Na Ja, naja Das kam ich zeig's dir wo bist Du Ich bin voll erschrocken, Alter Wenn man denn durchs hier vorne durchschaut Ich bin kein war wie eine Schuhe Nein Nein! Komm ich mal durch. Bruder Moskos weg. Ganz leicht. Und auf Wiedersehen. Ciao, Paul. Ciao, ciao. Ciao. Ich geh durch zu. Hä? Ich weiß selbst. Hä? Was machst du denn mit der Kur, Alter? Nein! Ey, nee. Ich bin von ganz oben nach ganz unten. Nee, ne? Nein. Ja, wie? Ey. Achso, da. Ja, ja. Komm, Alter. Es gibt noch einen anderen Weg. Ey, welche Arsch? Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn dieser komische? Wer ist denn dieser komische? Komm mit, komm mit. Jokermate ist ja auch dabei. Es gibt einen anderen Weg. Die Geile sind da wirklich schon sehr viele drin. Aber wer ist dieser komische? Das ist nur Kacke, Alter. V4D3. Wirklich? Er 2017, Alter. Und jetzt? Kann man alle, tun alle zum Ziel, aber dahinten ist die Tür auf. Da war ich schon mal vor. Ich bin wieder da. Wie geil. Eine Tür ist nicht. Glaube? Paul, du müsstest die Tür zu machen. Weil Leon hat das nicht gefunden, welche Richtung es geht. Ich will das doch viel, ey, zum Verzweifeln. Ey, wieso? Ich bin doch schon viel, viel weiter oben. Wie bist du denn jetzt da oben gekommen? Tja. Ich glaube, der ist schon verzweifelt. Ja. Und jetzt? Wo geht's jetzt lang? Hier muss bloß hier die komische... Jawoll! Die Ecke habe ich hier schafft. Jetzt habe ich keine Sorge mehr. Hier ist das Ziel. Ähm, Bruder. Alles klar. Hier ist das Ziel. Fallen. Ist da. Komm schnell, ist das Ziel mehr. Warte doch mal. Oh, jetzt. Jetzt. Scheiße, Bruder. Bei jedem Sprung schwitzt du einmal mehr. Einmal mehr. Als ob du erst da willst. Ach. Hals, Mund. Ehrlich. Ich bin glücklich darüber. Ja. John, das heißt, halte bitte den Mund. Äh, Sägeboot, wo muss ich denn jetzt hier lang, wenn ich jetzt hier oben bin? Äh, du musst in das ganz kleine Loch da rein springen. Ach du Scheiße. Du willst wiederhol verarschen. Ohne Witz, das ist richtig leicht. Das habe ich und Paul auf ersten Versuch geschafft. Ja. Oh, das bauchkitteln. Oh, ich auch. Oh, aber direkt in der Falle. Ja, das ist schön. Ähm. John, wir haben hier jemanden drin. Ohneee. 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 Ey, Paul. Kannst da vorne die Tür zu machen, dass die Leute nicht direkt wissen, wo es lang geht. Weil es ist richtig witzig. Aua. Ey, wer ist wo? Du bist ja genauso weit wie ich. Lea, moin. Aua. Aber ich habe, ich bin nicht, aber Jungs ich bin nicht der Letzte. Wir sind da noch JokerMate und so ein anderer Random Spieler. Junge, ich weiß, der Rassistiker versucht hier zu bauen, nicht der Buster. Ja, ich hätte es beinahe geschafft. Hälter, du! Ey, wenn ich dieses Gequatsche hier schon wieder höre. Ja, weil ich mich schon wieder nicht sehe hier bei der Busterwelt. Ey, halt, halt die Klappe. Werner, ist doch so. Mensch, Alex, ja, ich komme doch gleich. Nein, ey, jetzt hätte ich beinahe. Digga, aber ich will diesen scheiß Parkour noch schaffen. Nein, brauchst du nicht. Ich möchte es aber. Den Tag kann ich nicht unterstützen. Leon, halt die Klappe. Einfach die Klappe halten. Gibt's ja, da muss ich denn nicht tun. Mann, wer macht denn diese komischen Schussgeräusche? Mensch. Das sind die Menschen hier. Ach, jetzt schmack das, wenn ich... Hä, wie komme ich denn so raus, Alter? Wie bist du nach oben gekommen, überhaupt Regenburt? Ja, ist total anstrengend, Alter. Aua. Woll, ja, Leute. Wer ist denn jetzt alles in der Party? Wir. Wir. Wir, äh... Partenhengste. Alex, du bist ja einer davon. Mann, warum kann ich denn nicht mehr springen? Mann, warum kann ich denn nicht mehr springen? Was ist denn das jetzt für ein Dreck? Ich klemme hier einfach zwischen zwei Regalen fest und kann nicht springen? Ey. Oh, teila. Junge, wie komme ich denn jetzt hier raus, ey? Komm, wer sagt das... Wer sagt das Käpt'n Paul oder Leon? Was? Wer da rauskommt. Na, ich. Weil ich nicht springen kann. Ich bin zwischen zwei Regalen gefangen und kann einfach nicht rausspringen. Ach, da bist du gut mal. Ja, naja, ich bin respawn, weil ich ja von... von... also ins Loch zwar gefallen bin, aber direkt in einer Falle. Oh, okay. Ja. See you live stream, Alex. Ey. Ach so, ja, warte, na, dann muss ich... Wo ist denn dein Tablet? Ich demolier gleich dieses ganzen Laden hier, du. Wenn ich jetzt hier nicht gleich rauskomme. Ey, das ist so eine... Mach dir mal nicht den Schlüppeln nass. Ja, naja, ich darf jetzt respawnen. Spawn-Drecksding, ey. Ey. Willst du immer noch beim Fang? Ja. Ich bin immer noch bei dem... Was? Auch nee. Paul, folg mir mal. Paul, folg mir mal. Paul, hör auf. Paul, bitte. Paul? Seid ihr jetzt... Seid jetzt... Seid jetzt eigentlich schon fertig, oder? Noch nicht? Ja, ich bin jetzt schon fertig mit dem Moten. Jungs. Jungs. Wir lernen auch. Hä? Hä? Warum auf mich? Hier sind dann noch ein paar andere Flitzpiepen. Ja, oder auch andere. Jo, John. Was muss noch wie? Da ist Wald. Hau doch den Wald ab. Du musst durch die Tür, ja. Äh, äh, alter. Äh, Maiti, Junge, kauf dir ein Headset. Kauf dir ein Headset, bitte. Dich... Schau, zeig mir, wie du rauskommst. Du machst ein, die Tür auf, machst... Genau. Wieso? Ey. Nein, nein. Jawohl. du musst einfach die tür drauf springen und dann so und dann hier oben kannst mich das scheiß teil könnte ich schon wieder direkt alles gut könnte also dieser parcours ist ja echt geil aber ich komme einfach nicht weiter das ist mein einziges ich darf jetzt wieder respawn jetzt war jetzt war er nur noch vier ja das hast du auch noch verstanden dann hoch springen ja da nicht weiter jedoch hier komme ich weiter weiter noch jetzt stecke ich jetzt an der stelle bin ich aber auch schon mal weiter gekommen und das so war also absurde in in und 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 ach lol da musst du jetzt wieder hin ja ich leck gleich mein mikrofon geil ohne scheiß hier ach schon was kannst du überhaupt naja du hast nicht mal den ersten schritt geschafft ja ne ey der cheater schmeißt den raus hier die cheater werden hier nicht akzeptiert du löffel ey diese löffelschnitzer scheiße hier schon wieder wer bist du wer ist die elite agentin vor mir wer ist die elite agentin vor mir das das ist der das ist der hardcore banger ich bin der hardcore banger hat er dir jetzt grad ernsthaft geschrieben noch gar nicht du löffel ey man ich bin doch da schon oben in der kiste gewesen ey elite agentin tanz mal wenn du mich hörst ich bin dein vater nein wie kam ich das scheiß ding treffen ich werde jetzt sagen es aber richtig hektisch ja er wird kurz davor aggressiv zu werden da ist das eine gülle leon was machst du hier du bringst du mir nur unglück nicht runter nicht runter nicht runter doch runter ah jetzt jetzt hätte er eigentlich hatte ne digga lass mich das machen lass mich das machen vollständig da bei mir klappt es ja ach war schon hier jawohl 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 ja ja jawohl jawohl also warte mal ich hab' ich hab' bis jetzt nur drei leute der parkour geschafft ja der vierte kommt ja hier bin ich schon hochgesprungen hier habe ich es ja geschafft aber ich bin es noch gefallen und dann wurde ich von der falle zerstört hier habe ich es geschafft ja scheiße jetzt muss ich da irgendwie und hier bin ich und hier bin ich gestorben als ich in das loch gefallen bin bin ich nämlich direkt in der falle und das ist nämlich das beschissenste überhaupt so jetzt facetime ja ich habe es geschafft bruder jetzt weiter hier sparen punkt wo lag zwei türen die partie sehr voll was sind das finden da beginnt jetzt das bemerkt wenn ich denke ja nur was ist passiert hier ist eine wache müssen wir die wache töten oder können wir einfach dran vorbei nein kommt jetzt bitte nicht mehr ich bin gerade ich bin gerade konzentriert hört auf er ist gut gelaunt ich bin gerade konzentriert das war ein bisschen mal gut john du musst hier hin nein 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 hör auf hier wo ich bin nein nein hör auf ich 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 möchte es alleine mal probieren siehst du mein game attack king lernt nein nein ja hier du musst durch diese wache und jetzt hier hier nein ich muss dir erstmal die tür zu machen ich muss dir erstmal die tür zu machen ich musste erst mal die tür zu machen ja schön dass er das geschafft hat ich noch nicht aber doch ja ich hab's auch geschafft glaube ich nein ich bin da scheiße ich dachte schon du musst hier wo ich stehe aber ich sehe dich nicht das ist das problem aber ich habe doch jetzt wurde ich von ihm rasiert aber ich müsste jetzt ich muss ich muss direkt bei ihm sporen ich freue mich schon auf den live stream alter dieser scheiß männer kicken hier ich muss da irgendwie vorbei ich muss da irgendwie vorbei ja hier ist diese tür hier ist noch eine tür das war ganz schön knapp ja ich habe ich habe ich habe aber dann direkt in die falle ja man das war so gut und dann so eine scheiße oder war es warum macht man da rein warum ist da kein checkpoint bruder das kann doch nicht wahr sein aber ich muss einfach zu den blenden da ich muss eine mission machen wenn ich darauf spielen gehen dann sagt er mir immer dann dass diese dummen fixer mir sogar noch hp abziehen das ist traurig also sozial aber ich musste an irgendeinen von diesen klöpfen vorbei aber ich weiß nicht an welchen was ich vorbei jawohl man blöde falle aktiviere ich doch mal was sind das für dumme scheiß dreck warum aktiviert er nicht ja ja hier ich wichse mir gleich noch diese scheiß verleihen das ist so eine scheiß verleihen das ist so eine scheiße regt mich das schon wieder auf dir ey die Zuschauer ey ich muss gleich auf und wenn ich auf gehe werde ich dir aus dem magsthaus der nacht gekippt ey vergiss es ich mag nein ich kann das nicht keine ich kann er bei uns ist doch obwohl sie du jetzt war ich mir nicht wo ja man hat kein verband kein nichts ja ja die zuschauer was zum lachen aber ich nicht ja ich komme dann gleich nach jungs wenn wenn nein nein wenn sie geburt offline geht dann machen wir rettet die welt er wird zu hoffen und ich habe keine so ich habe mal diese diese blöde fortzuneilung ich könnte ausrasten er hat es geschafft nein 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 ich werde schaffen oder ob du es möchtest oder nicht ich mache das jetzt ich mache jetzt ja alles klar nimm doch mal diesen scheiß roboter die piste weg das ist ja ultra abartig ah danke jetzt sieht er mir noch leben ihr quatscht alle durcheinander ich verstehe kein das hat das hat jetzt schön unglück gebracht da kommt ein roboter der schotter so und ich fühle mich ja ich fühle mich nicht derbe und cool hier steht diese scheiß mission auch ich schaffe ja na du erst mal hier muss ich wieder gucken jetzt muss ich wieder gucken wo der klopster schon wieder ist aber da dieses blöde arschloch so jetzt kann er gerne schießen wie er möchte jawohl und los jetzt das stimmt das war ich ja mit hoch und haben mit hoch und haben so ich bin hoch hoch ich bin tot um hart ich bin wieder da ich bin noch welche am verzweifeln 1 ja dort haben wir nicht weiter wenn man muss es mir jungen also trotzdem zu erfahren wirst du es schon gesagt hat wird und alle geholt es könnte mich nicht kann er erklärt das weiß ich wieder nicht mehr die Tür das war ich bin ich bin von einem Monat um ein Scheißdreck einfach nur geil schön dass du es so feierst ich war ja das ist sehr weniger ja ich habe eine gesamte zone erkundigt ist denn das schon wieder so ich hoffe jetzt wer ist denn da die war eine spinne oh mein gott habe ich mich erschreckt sie krabbelt oh mein gott macht es hoch der klasse lebt macht tot vor das eier liegt ja du musst jetzt mal ich will mein weihnachtsbaum ich will mein weihnachtsbaum und was jetzt hat jetzt wie muss eine tür ist richtig nur eine tür ist richtig dann wie jetzt lennart mark digga in so einer in so einer entscheidenden phase wo es final ist da kommt sie mit so einer frage guck mal schaut mal alle live stream das ist das ist ein kinder das ist ein kinderbonbon passt auf leute jetzt schaut alle live stream das sind kinderbonbon und der fliegt gegen eure facecam digga chill warte ich will live stream ahja scheiße was ist los äh ich will doch mal den affe nein mein baum aus was machst du mal john ja ja nur ein digga nur eine tür ist richtig ja der will noch mal drei so entweder so ich nehme ich nehme die tür ganz links halt deine fresse sie war doch schon offen jungen der wasser checkpoint auf boden dummkopf das ist echt manchmal mit dem beatmet denn hier ist es schwer du bist es schon Prost auf euch die geilen Ehrenmänner oh wer war denn das hat der sich jemand gerade ein Bier holt ich hab kurz in der Pause ich hab mein Headset das geht gar nicht ich muss hier aber es wird mich wieder beruhigen das war auch gleich wieder man kennt kennt man ja nicht anders scheiße verpackt aber Prozent so Paul du musst jetzt mal kurz mehr Geld bis hier oder wir warten auch schon mach mal Tür nach innen auf hängen geblieben scheiße hier ey du latschlein du rechnest mit keiner falle und auf einmal es kommt eine falle alter du musst nur eine Mission starten so Headset wieder aufgesetzt ja wir spielen noch hätte wenn nicht fangen wir schon mal an aber danach müsste mich ein bisschen hoch pushen kommen weil ich weil ich so gut war hier ja ich muss ja erst mal jetzt bin ich direkt auf an stimmt ja nein 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 bitte oh Gott seit ja alles klar das hätte ich mir denken müssen ich bin ich doch wohl verarschen so alle wenn du jetzt nicht gleich deine Klappe hältst dann schaffe ich diese scheiß Mission hier nicht ich muss mich hier grad hoch konzentrieren Digga sorry sorry gerade aber Digga ich war schon beim Weihnachtsbaum geh in so einer Tür ein man rechnet mit mit allem aber nicht mit einer verfickten Falle und und was siehst du denn dass du einfach am respawn bist ja wo bin ich ich bin hier bei den scheiß Stachel Abenteuer wo sich eh schon alle amüsieren jetzt reicht's ne jetzt ist schon Junge was ist denn das für ne drückige Bistel Hallo ich bin neu hier hey du hast einen verlassen wieder nicht aufrecht Alter ey der hat verlassen es ist so gemein Bruder Alter der hat verlassen ey ich sauf gleich eine da drauf boah Alter ist das anstrengende Autisten scheiße boah richtig räudig richtig räudig einfach ne geil scheiße ich wollte eigentlich die Aufgabe machen aber verdammter ne das ging gar nicht digga erstmal darauf fett rettet die Welt spielen ey ja ja vernünftig ich will gar nicht ich will gar nicht spielst jetzt rettet die Welt John ja warum ja ok ich wollte es sagen ne sorry aber wenn ich jetzt nochmal da auftrete du dann muss ich den ganzen scheiß von vorne machen dann werde ich ja nur krebs kraft dann sagt ihr dann sagt ihr dann sagt ihr dann sagt ihr gut ist ja noch was ja wir auch gar nicht wissen wie mein Ausraster ist das ist bestimmt best of wert naja nicht wirklich ok der hat dem hinter stecken müssen den best of den best of was ist denn das für ne mission hier ja so jungs wartet ich komme ihr könnt mir dann schon mal beitreten ich schaue mir ne nebenbei ja wunderschön vorhin weißt du ich bin einfach beim weihnachtsbaum gewesen dann heißt es man soll sich für ne tür entscheiden ja ja da auf ihn lauf ö lol einsammeln alles bruder ist da los so jungs könnten wir beitreten ja morgen spüren wir den parkour nochmal umgehen das auch mal klar kannst noch ein live stream machen ja drei stunden live stream um das zu schaffen oder wie junge das ist so leicht ja ich bin schon bei mir ich bin jetzt auf ihr werdet alle aus der map gekickt wer noch drin ist ja okay hau rein ich bin noch mit dem schlafen ja ich bin drin zusammen mit dem alle zusammen mit kapitän paul alle stumm sie liegt und kann ich nicht die leute haben die gerade noch bei t das so machen das ist ja genau leon wie sieht es jetzt mit dir aus wie ist der form sind immer noch acht deswegen ach so sehr gut ist er noch drin okay okay wie lange bleibt so ungefähr drin ach so okay auch ein schöner abend noch so oh scheiße nein 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 hör auf nicht kiki do you love me kiki do you love me ajo riding jenny was haben wir sonst gehen wir dann na wir spielen jetzt sturm steht verteidigung 3 in jungen dieser typen am sehr lächerlich mit spiel habe gestern zwei stunden gewartet ja ich weiß digger aber wir sind wahrscheinlich wieder viel kannst du es ja probieren jungs kommt ihr kommt ihr rein kommt die rein achselt schon wir haben ja mann was sondern das seid ihr noch am laden deswegen alles klar kann ich anfangen der mission du kannst dann schön dabei sein wie wir jetzt hier schön und ihr liebe damen und herren ihr könnt den nächsten auskosten eventuell sehen aber das wird mich beruhigen ich fand den parcours von sehgebot nicht schlecht aber es war asozial also von ihm er sagt von ihm er sagt ich soll mich für eine tür entscheiden so alle schöne gut und ich denke so die sind die türe ich rechne jetzt nicht mit der falle weg war ich und ich habe sonst immer sorgfalt und lieber noch mal zweimal geguckt aber ja diesmal ein staatsmann bestes spiel hier du da willst mich da willst du mir verarsche er ist ich wollte eigentlich okay ich starte jetzt einfach so liebe damen und herren also jetzt haben sich ja alle bestimmt einbekommen richtig nein ich habe gefragt einbekommen habt ob du was bekommen hast ich bin zu hause genau das musst du das musst du rabatt wenn dann fragen heute ja für torino war super na also mit der clean und ihm oder ja ja bist du eck und eck und onkel rabatt wisse und und mit der cleaner immer in den in deutschspielplatz und so drin war ganz lustig vor der schönsten mädels in seinem hocke guckt ja die mitarbeitung von petulino dieser schon nicht schlechter jungen für frau der reihe und ersterlob mann wir uns erst mal weiß ich kann nicht machen was hast du genommen rettet die welt oder wegen das lebt bei mir noch jetzt kommt ja nur hat er weiter real kreativ modus oder rettet die welt genommen hat ist eine welt schon das ist meine ich glaube nicht dass meine basis danke dir egal also mein rucksack ist voll scheiße was mein eigentlich tiefer ruhe auch du die alle nicht mehr oder ich bin mit mädels mädel ja ja ich hatte aber nur ein zwei waffen gehabt wir sind schon zu viert wir sind schon zu viert ja wir können ja später noch bette royale spielen kann ich mir auch einen ja nimmt ja erst mal ich kann jetzt erst mal nicht und du brauchst du nicht ich habe mich gestimmt ja ja du kannst welche nehmen alles gut jetzt nur eine letzte leon als kohle näher kann ich jetzt die waffen auch irgendwo hin machen weil die 58er meinte wie hatte ich hier wenn ich 2 2 1 80er wenn ich gebe ich euch ein bisschen material johann ist ein schild was ich gebe dir auch gerne noch mehr davon das jetzt ist alles am material ab was ich habe jungs ja ja vielleicht kann ich ja dadurch auch mehr waffen aufnehmen definitiv jungs ich kann jungs von der weg ich habe einen jungs jungs ich kann jetzt die waffen aufnehmen ja moin schuss ich kann alle aufnehmen so gefällt mir das alles gut alles schon die golde sollst du dir nehmen hier schon merkst du was ja ne doch ich ich würde sagen dass ich würde sagen das ist von dir alex oder das ist doch von dir aber es ist definitiv nicht von mir oder ich hatte sowas nicht oder doch doch hier diese zwischengänge und so die waren ja hier schon ja aber ich könnte jungs wie sieht jetzt eigentlich mal aus mit ja doch ist meine base ja doch jetzt du musst nur du musst die manzerwelle starten wenn dann okay aber nur wie ja du gehst hier unten in motion bei der pyramide und unten aber aber scheiße ich komme nicht raus jungs jungs ich muss da oben zu hören wir hinkommen ist hier unten oder hier unten einfach oder du machst hier oben und lochen wenn ich habe noch kann ich habe doch und überhaupt ich bin ja ich hatte ich hatte eigentlich schon danke schon mehr was wir sagen er konnte sich verlaufen ja er war da drin kommt ja ich habe hier eine tür gebaut gehabt junge ja was sind wer wohl haben was wo denn unten an muss ganz unten bei der pyramide hin jetzt er hat er für mich da gehst du denn unten auch gehst hier in den genau und da geht da schilder weiter ansteht rein ja auch wenn da viele wellen drei wellen digga jetzt geht's los ohne der maff er macht was als mein papier θα was voll Series ist dann schon echt also da haben die gegner schon ein bisschen interessant so leute mein ninja mein ninja im mitschut war gesetzt ninja ninja erweitert der kann aber nicht ninja style muss er kann er der der macht viel schaden ja wie der ich ja der bär der wahl hat früher gehabt mehr schaden gemacht und war länger ja das war das hat auch mal mehr schaden gemacht und das ist eigentlich nach 50 kunden weg ja ich glaube hier ich habe mal hingeschrieben ja was ist denn 23.34 Uhr guten Morgen ja klar wieviel guten Morgen guten Morgen nein morgen ist zwar erst um 0 oder was ich habe 2444 ja morgen ja es ist auch ein ninja ninja leben halt noch mal ja ah na ich bin und fahren bei 2300 schild und finde ich vorgesehen aber ich habe jetzt auch oh scheiße gewählt der typ hat mir ap abgezogen gewinnt hier die lager hat sich behauptet danke danke haben wir ja wachhalte ich denke mal schon ein paar und was waren die anderen wie heißen die dann kann ich ja worten verlassen zu tiger was möchtest du verlassen kann ich ja fortnight schließen solange alles ja ja norman ja 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 die hat eine schöne feuerrate ne ich frage warum habe ich eigentlich wieder seid ihr mit eurer forschung da ist im labor habt ihr das schon alles auf 10 klopft 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 ja genau da wurde die labor wurde da immer punkte klicksal also wurde ein schild und regeneration und so was und so ne habe ich noch nicht das zählen weil ich das irgendwie nicht so viel level habe ich auch zu sehen zu viel auf leben gelevelt ja ich mache das immer gleichmäßig ja ich wusste nicht wie das funktioniert also habe ich einmal gezogen und ist auf einmal schon alles weg keine ahnung anscheinend zu oft gedrückt oha ja ich bin ja mal gespannt was passiert wenn das alles auf 10 ist was denn passiert ich bin ja ein bisschen vorbei mit forschen oder was also ich glaube leben habe ich da schon auf 20 oder so oder will glaube ich zumindest ich kann ja dann machen nach der mission ja mal gucken wenn ich dann will mache ich welche von wenn man sieht an ne jetzt ist man nicht oh oha ich hab die op gemacht für die zonik und ich eigentlich habe die pistole weil meine mutter ist nur noch mal ein viecher one shot aber vielleicht so ein rock song oder sowas was episch im kampf gegen song ist passt das leichte gegner noch für warte mal dann schicke ich dir mal gleich mark 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 ich schicke dir mal gleich einen song auf nach westen oder her auf nach westen auf in den westen ich will den westen im goldenen westen mhm so kann man natürlich auch sagen ich hab ein paar rucks da irgendwo drauf wenn er sein schild rausholt und alle wegboxt das ist aber am besten mark was ich dir jetzt sende passt zu unserem kampf gegen zombies äh 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 es geht immer ähm schauen wir mal das ist auch so ein weltverschläger der glaube ich so früh ey er lockt die Gegner mal um warte mal jetzt ist es nicht oh naja Es ist nicht das selbe Lied von den Kreis. Man mag anscheinend, weil mir wird die Munition nicht angezeigt. Das ist ein neuer Song, der kam letztes Jahr aus. Bei mir wird keine Munition angezeigt. Also, die magasieren. Ja. Ja? Richtig toll. Ah, was ist das? 34er? Soll ich nehmen oder was? Danke sehr. Hast du schon mal mit dem Baseballschläger gespielt? Oh, Baseballschläger. Ich schau mal, ob hier ringsherum welche sind. Das ist irgendwie recht krass, weil damit machst du die Gegner um. Auch wenn jetzt hier so einer mit so einem Schild ankommt. Ein dicker da. Und dann machst du hier Spezialangriff und dann liegen die. Und schon hast du auch so viel Boden geworfen. Kommt her, geblöden Zombies. Ja, ja, ja. Wie sind die denn? Zsundbetter, 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 eh 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 eh, Was ist in deinem Kopf? In deinem Kopf, ja 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 ja, Zsundbetter. Sehr schön, Alex. Alle tot geknippelt, alle tot geknippelt. Achtung, Daniel. Lauf in welche Richtung der Bags? Ninja Style! Black Ninja Black Ninja Black Ninja Yeah WLAN-Festwerker hat meistens mal kurz gespinned What's in your head? Don? Wanna ich dir mal was sagen? Machen wir doch mal von vorne? Machen wir doch mal von vorne Donny Ja Machen wir doch mal als die sänger nämlich verstorben ist haben sie den song release weil die waren nämlich mit dabei als die den song noch mal aufgenommen haben also noch mal neu so war die sänger von denen wir haben auch mal eine mission von mir spielen können wir dann auch machen aber mich erst mal ein bisschen pushen digga meintest du eine mission oder eine verkleidung ist gut ich bin momentan gerade eine normale mission ja du läufst hinten drauf es fahrt ja dann gehen los mal hintergrund das steht neu Das ist gut. Alles klar. Ich würde ihn hier schieben. Ich wollte nur nicht beim modernen drüben ins Zimmer, wenn der heute ist sie hier. Oha. Also fuck, man will ja nicht wieder übertreiben, ne? Oh Gott, der Level 4 war. Ja. Ja. Mann. Warum? Ja, guck mal. Okay. Warte, lass jetzt mal. Welches, was sind die empfohlene Stärke von der Mission denn? Er ist schon ein bisschen höher dann noch. Oh, derzeit. Der wird gerade gepupst. Ja, okay. Alex, warst du das? In your head. Ich hab heute ein paar Mal, ja. In your head. Zombie. 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 Hey. 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 Ja siehst du musst du auch noch mal warten, ich hab auch noch mal starten, auch noch Fantastus. Lars, ich hab keine Ahnung was dich ausbringt. Oh, ich hab Fall. Oder? Ich hab anscheinend nur Hals. Ja, ich mach jetzt nur noch ein paar Fallen rein. Ist ja schade, dass die Sängerin verstorben ist. Naja, aber die saß mit am Set dabei und ich glaube einen Tag später ist sie verstorben. Ich glaube so war das. Steht dir am Anfang des offiziellen Videos dran. Auf Englisch. Naja, die Sängerin von Zombie, also die alte. Ich komm gerade auf den Namen nicht, tut mir leid. The Cranberry. Genau, Cranberry. Hier, ähm, dann gucken wir mal der Forschung nach. Wer? Ich? OJ Soccer. Was ist denn dafür? Achso. Nein, Digga, ich will den neuen Song. Ich will den neuen Song. Wer ist der Alte? Oh. Oh Mark Junge, Alter. Und es, und es gibt denn 24% oder was? jungs seid ihr ready also ihr seht ihr meinen auftrag probezeit heißt es rettet die überlebung muss ich in der auftragsbeschreibung zeige ich euch mal also probezeit tutorial aufträge sind in helden training phase 1 und waffenverbesserung jetzt kann ich an jetzt kann ich zur karte gehen aber ja das hilft hier das können wir auswählen frost night seid ihr ready oh ja dann ist es ok das können wir aufspielen aber das sieht nicht anders was ist das ich weiß nicht was das ist mark aber da kann man den loot nicht behalten muss man aufschauen ich spiel gerade pack nochmal dann kriegst du denn denn eine belohnung je nachdem wie seid ihr gekommen bist glaub ich bist eben so helden ja dann lass ablehnen dann lass abrecken ja 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 ich hab gedacht wir machen die mission jetzt nicht ja da haust du einfach ab oder was nee ich wollte gleich so meinst du auf was ich hier bei forschung welche leveling ich hab ich hab anschein noch gleichmäßig gemacht ich hab alles auf 53 uff was 53 ja alter wie viel mehr beim herz wie viel mehr kriegst du da unten was steht da und 146 überall 100 über 146 ich kann euch nicht beid mark machen wir jetzt bitte aus ja ja das war alle verlassen und nochmal john beitreten ach ich kann euch nicht beitreten sorry leute ok ich sorry ne er wegen den herr joker mage ok captain paul zocker und 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 wer kommt da jetzt noch ist es vielleicht der alex koscheike oder ist es vielleicht auch jemand anderes wer weiß ja seit seit äh seit rette die welt rausgekommen ist was jetzt hab ich alles auf level 55 gelandet zum drück gibt es keine geruchs hat 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 geruchs hat hat so was soll ich jetzt was soll ich jetzt anmachen ja 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 ich denke mal was ist das hier steinwald ja wollte das ja steinwald ist die map of the naja ich glaube du kannst noch nichts anderes außer steinwald und frustland ja ja genau ja ja dann geh auf steinwald ja dann nehmen wir steinwald äh was was steht denn da bei dir für eine mission was steht denn da oben rechts ja fange von hier aus an herausfordere herausfordernde gegner und motivierendes gameplay blitze 1 bis 19 ja geh einfach auf aufträge und dann schließe dich mit einem anderen kommandanten bei einer mission oder sturmstilch verteidigung an oder erhalte so und erhalte so bonus ip zusätzlich zu den normalen ja wie heißt die aufgabe wie heißt es steinwald also probezeit nein ja genau wie mal ganz oben probezeit 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 nachher ach ja ach ja kann ich starten ja 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 ich starte jetzt digga ja ja auftrag ich muss einfach nur ausrufen intim kommst du in der kampagne am besten voran Ja, was hast du denn jetzt da? Reicht dir das schon, das Lied? Ja, ist okay. Wenn du jetzt genau in der Lobby bist und die Startrücken drückst du auf deinen Charakter Ja, dann kannst du dein Gadget auswählen. Ja, ich hab ja nur ein Gadget bis jetzt. Diese Heilung da. Alle anderen halt gar nicht frei. Na, jetzt doch ja dann. Ich mach ja immer mehr meine Werkzeuge hier, weißt? Also Lada ausbauen. Wir brauchen ihn nicht schon wieder. Copyright, 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 Copyright. Ja, 20 Minuten Copyright, 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 Copyright. Ja, Copyright. Oh, das wird näher. Nein, hör auf, bring ihn jetzt nicht auf dumme Gedanken. Hä? Wer soll wem auf dumme Gedanken bringen? Äh, Jugenschutz-Team erst in den Account rein, äh, in den Leitenschüber rein und beschwert sich. Hör auf, du singst! Du verschreckst die ganzen kleinen Kinder! Ja! Du verschreckst die ganzen Zweifel. Ach, stimmt, wundert's. Okay, die zwei Zuschauer schreiben jetzt mal Hi. Beste sind wir. Warte mal, hier sind auch noch Ausrufe und Zeichen. In diesem Blutfall ein ethischer Miniboss geschehen. Ah, ja. Ja, Miniboss ist stark. Egal, werfen wir es schon. Also der Helden-Boss stark ist da nicht ich. DJ Mark ist wieder unterwegs, Digga. Naja. Achso. Ey, John, ich hab jetzt insgesamt drei Autos abgebaut und hab jetzt, also ich hab jetzt den kompletten Spielplatz abgebaut und soll ich dir sagen, wie viele rottige Mechanik feine ich wieder haben? Ja. Hau raus. 35. Ich bin noch besser. Hier. Mark, man meint's einen Rock-Song haben. Locker! Locker! Letztendlich. Warte mal, ich brauch nen Blue Glow. Damit ich das Ding hier aktivieren kann. Weinst du das von den Cranberries, was du da Dennis hast, oder wie? Nein. Ähm. Irgendetwas. Wir waren überlegen da, wissen wir. Egal was, oder wie? Hier ist er. Digga, chill mal. Ich schick dir. Nein, Digga, ich schick dir. Gut. Oh, warte mal. Das war die komplette App abbauen. Ah, ne, das ist ja keine Atlantation. Wie viel Rohstoffe könnten wir denn maximal mitnehmen? 3.000. 3.000. 3.000. Also, links, rechts habe ich ihn in der Box zu stehen. Den nehme ich jeweils an. 3.300 wird's von jedem? So, das werde ich noch schicken. Ach, der Loot ist hier noch nicht so bombenhaft. Oh. Oh, da ist das so ein Mimik. Oh, da ist das so ein Mimik. Problich. 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 Ja, wars für dich. Ich bring gut Lusen. Besser als du den ersten hier normale Kitzel. Jaaa... Jaaa... Du... Du musst sie wie die ersten Tappeln... Warum haben wir das? Ja... Okay... Hä, wo ist denn die THC? Keiner? Doch, ich weiß... Gaming-Stuhe! Ja, hab sie! Wer wird weiterkippt, ja... Ja, hier unten... Wo ist der Step? Na... Laufen... Oha... Richtig krasser Loot, oder? Ja... Ich weiß nicht... So, ein paar... Malachis hab ich hier nicht raus, der kriegt Spermator, ja? Na, warte mal... Warum ist denn auch... Was ist denn der Land, oder? Ich weiß nicht, dass diese Wasser... Keine Zeit nicht anzupassen... Zeige jetzt die ganze Fakten... Oh, oh... Ja, die ist Mariono, Armin... Er hat sich eben... Einfach spannend... Ach... Bei dieser Schwierigkeit... Selbst die Level... Die niedrigen Level Leute da... Die haben ja selbst keine Probleme auf die... Bei der... Bei der Mission eigentlich... Eigentlich... Oder hast du schon mal... Oder habt ihr schon mal... Einen Überforderten... Gesehen? Ähm... Also ich sag mal... Am Steinrad... War eigentlich nix... Und... Ja... Da... Außer halt... Die letzte Mission... War eigentlich vielleicht nicht schwer... Oder die Rakete... Also... Na komm doch an... Was du so mitsprach... Also ich hab da... Marc... Ja... Ich halt nicht... Ich muss das Ganze alleine machen... Kann ich nicht machen... Weil... Kunde drei gejoint... Die bauen die ganze Zeit ab... Oder ich bleib mal ab... Karst stehen... Hm... Da kann ich ja gleich die Welt... Auf vor Ort stellen... Und da selber alles abfarmen... Und dann die Mission machen... Reiche Prinzip... Ja... Da müssen wir mit ihm... Einfach... Hör mal... Hast du die Formulare... Zur Nachrichtenübertragung... Eingerellfache... Ausführung... Gordgütiger... Hey... Ich liebe... Wir... Oh... John... Oh... 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 Hältest du Angst wegen dem einen Viech... Wenn drei Leute mit Waffe auf dir rumstehen? Ich denke nicht... Oh... Ich glaube ich hätte eher Angst vor den Leuten als vor den Viech... Ich dachte noch mal um... So, mach, mach, jetzt ist gut, danke. Ich lass mal hier meine Ruhe sein. Dankeschön, mach zu uns, mach zu uns, mach zu uns, mach zu uns. Junge, frei, gewachsen, schweizfest, du kommst da nicht raus, ich hab mich da eingebaut. Wie die auf dem Boden stehen, gewachsen. Okay. Jungs, ich muss noch kurz für den Ausrufe zeichnen, ja. Dauert noch, vielleicht ein klein Moment. Junge, du kannst schon mal Blutloat annehmen. Was? Blutloat. Du kannst schon mal Blutloat annehmen. Bin ich hier auch schon fleißig dabei, ich hab, ich hab schon zwei Stück. Jetzt hab ich, jetzt hab ich drei. Der hat bei Dritten in den Haus drin. Ja, da sind wir noch mit da nach oben, drinnen nach unten. Ja, nebeneinander. Ninja Star, ja. Der Ninja geht es glücklich. Und gelogen. Oh, ich muss zwölf Geschenke verzügen. Aua, Bombe. Ja, warum sag ich die, Aua, das tut ja gar nicht weh. Bombe. Ja. Kassier Mann. Aber das muss gar nicht zu sein. Das will. Das wird. Das ist geschifft. Dank Rettlauer. Habt ihr die Mission jetzt geschafft? die er heißt die uns in der reihe das auch böse zomis kommen auf mich zu nachvollziehbar oder nicht so wacht vorteilig ja genau gut das muss man erntet das muss man erntet vorhanden naja hier wie er ist aber nicht aufs Eier legt der Segelboot Jungs ich hab vier Blue Glows ich weiß nicht ob es reicht aber ich muss hier muss eh noch die Geschenke einsammeln ich habe glaube ja 5 oder 6 von 12 ne ich glaube ich muss oder? nein du willst ich hab gedacht die muss ich einsammeln hier war einer der fleißig und hat wirklich alles abgebaut nein alles ist hier wirklich weg gewesen wie hoch muss man denn jetzt verbauen gar nicht hoch warte muss warten bis da runterkommt der Ballon wer quatscht denn da grad so ja du ne hm ja doch hm wecken schrauben Marc was ist da los? ist der Anfang vom Ende oder ist der Ende vom Anfang? genau was ist das? wer ist da? der ist schon die ganze Zeit hier am quatschen ne hm 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 ja ja ah nein wer ist das? ja ja ha ja ja du brauchst ja immer vier schrauben oder? Da baust du Stromkästen ab. Oder Autos. Stromkästen bringen tatsächlich mehr. Aber Autos lohnt sich auch. Autos bringen auch echt gut Metall. 2600 Metall. Metall aber nicht gut. Oder Schrauben. Ninja. Zack. Mann, wer quatscht denn da andauernd? Ich hab's ja nicht gebraucht. Bei meinen Geschwistern. Nein, überhaupt nicht. Ich hab's ja nicht. Überhaupt nichts dagegen. Oh, Blue Glows. Alex, wie viel Blue Glows brauchst du denn? Ich hab sechs. Das reicht doch erstmal, oder? Kann es sein, dass du immer so viel hast wie ich? Ähm. Jetzt habe ich es aber nicht lieben. Jetzt geht's los. Ich hab zwei. Na toll. Na toll, das bekommt man eine Art Wecke. Ich hab's nicht toll gemacht. Ganz. Aber das geht ja schon los. Wer war so dumm, hat den Ballon runter. Ich schaue noch was zu sagen. Ja, ich weiß. Komm her, Klappskopf. Ja, ich weiß. Komm her, Klappskopf. Ja. Das ist doch so. Das ist doch so. Ich schaff das jetzt ja nicht alleine. Ich renne mal hier ein bisschen rum und such mal in Geschwindigkeit. Das ist doch so. Das ist doch so. Das ist doch so. Ich seh hier Zombies hochlatschen. Nein, zock mal, lass die mich. Die Daten sehen gut aus. Ey, Sonnen. Das ist lustig. Ja, ich mach an. Die Typ geht in der Apotheke so 17 Jahre alt. Ich hab zum Apotheker. Ja, ich bin keinem da. Ein Mensch. Können wir da mal was anspruchsvolleres spielen, bitte? Also an Mission. Ja, danach. Ja, zumal ich. Ja, mein ich ja. Ja, was kann ich denn da... Was gibt es denn da? Ja, sagt der Apotheker. Äh, sie in Kondome. Ja, gerade die Mission ist natürlich auch nicht. Das ist so lange, ey. Also die Mission ist sehr anspruchsvoll. Die ist auch geil. Ja, das ist ja. Ganz, ganz steifer Zahn, ne. Ob man da... Vielleicht kann ich da auch noch landen. Ja, gibt mir nochmal ein zweites Päckli-Kondome, ne? Zweites Päckli-Kondome. Habt ihr mir das ganze Spiel an die Boots? Das ist das ganze Spiel. Habt ihr mal vorne zu mir? Hätt ich gewusst, dass du so schüchtern bist. Und dein Tod hat mich nicht eingeladen. Hätt ich gewusst, dass dein Vater Apotheker ist. Den kann ich getrunken. Ich glaub ich hab jetzt alles, was Boost angeht, so aktiviert. Da kommt's mal wieder. Hast du verstanden, John? Ja, ja. Moment mal. Das ist gut, oder? Ja. Aha, hier macht er irgendwas falsch. Ich trage das Rancher, kleiner Roboter. Du warst ein Spiel, Juhu! Ja, das hängt davon ab, ob ich dir was haben. Ja, das hängt davon ab, ob ich dir was haben. Ja, das hängt davon ab, ob ich dir was haben. Wie weicht die, ob die Taten gut aufreden? Saucht die direkt in sich rein, oder warum? Jungs, wo seid ihr? Ist die Homoppa? Ja, also saucht bis in sich rein. Ja, die saucht dann nach oben. Ja. Na lecker. Ja. Die Zombies kommen. Oh, 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 oh. Ich sag, du müsstest, ich bringe alle meine Rauchräuge und sterben. Noch eine Datei. Richtig. Zombies. Zombies. Oh, da fällt mir was in, wenn du wegen Zombies meinst. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Gut. Denn halt nicht. Ich bring dich ein bisschen TikTok. Ich tanze. Bist gegen die Datei erfolgreich abgerufen. Ich tanze. Wie machst du das mit den Emotes? Ach, hier. Komm schon, leg dich mit mir an und ich erledige die Kattetten ans Gleichherz. Okay. Okay, Attacke. Auf die Kacke. Sicherer Ort. Wer hat denn die so beschriftet? Ja. Ich werde das mit dem das war richtig geil, das war richtig geil, das war richtig geil, das war richtig geil, ich gehe mal ein paar blöden los sammeln ich finde die anomalie splitter, boah, wo finde ich die? ja, das sind diese roten dinge auf der karte ey, wir haben hier gerade einen Bombenanschlag boah, der wurde gefinished, nein, wirklich so aus, dass der gefinished wurde, so einer aus Betten ruhig rein, so ein verrückter Willi zermetzelt die Zombies ha, der zermetzelt sie wieder wirklich geil, sicherer Ort des Kahlen sind hier noch irgendwo Autos, aber ein bisschen Eisen bisschen Eise Eisen? Ne, Eichen ja, ja, ja ja, nur mitschen so 3000 ne, ich brauche nur noch 180 Mann, mein Schwert ist so OP wie der Spitzname von Opa ja ach guck mal, der eine wurde jetzt getötet, wir können den einen über... doch, komm mal runter doch, komm mal her scheiß drauf wir können den jetzt retten der eine Zombie ist verreckt wir können ihn retten oh ja? Alex, was ist mit dir passiert? wieso, was ist mit mir? ja, der eine ist verreckt, haben sie gesagt ja, der Zombie ist verreckt hey, Leon, wie geht's dir so? ja, der Zombie da ist verreckt wir können ihn überleben im Land wo ist denn bitte die Mission anspruchsvoll, Digga? Die ist voll geil ja, ich schlafe mal in einen, Alter ja, man hilft nichts ja, man hilft nichts so, nur was oh, da kommen wir jetzt John John steht schon wieder am bisschen rum was? nicht du, der andere äh, die 1 haben die sich? ja, genau jaa ich bin glänzend, ich suche mal aus ich bin glänzend, ich bin glänzend, ich bin glänzend und was ich bin glänzend ich bin glänzend ich bin glänzend jaa eine Klappe zocker hau ab du scheißweiterzfrau und sonst werde ich dich weg sprengen wow keine Sorge, ich habe unendliche Raketenmunition unendlich ja unendlich ja ja du hast da einen Raketenwerfer hier drin dann kaputt, oder? ja 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 ich renn jetzt zu meiner Tanks ich renn jetzt in die Base rein und sage endlich Facetime aha ja franzus ich tanze jetzt meine Haltung ist tödlich ich schleiche mich an und vernichte meine Gegner Bär das würde ich auch sagen hm 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 ja 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 viel spaß und viel glück triff dich noch bitte ey verschieß nicht na du bist ein ekliger schmutziger du bist ja ein ganz schmutziger hm 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 ich bin hier in Tiktok Doha der Alex noch mal vier nachrichten hast du mir geschrieben bist du doof vier nachrichten ich fahre jetzt nach Hause ich hätte mal die Flasor an wow was gibst du denn hier wie gerne hast du eigentlich die Dartsfehler im Lama kann ich mir mal einen Flore geben du willst mich Lars schmeißen ja ja Paul das finde ich aber ziemlich das finde ich jetzt ziemlich unverfroren warum ich hab dir ja gerade eigentlich gar nicht zugehört wen soll ich rauswerfen du solltest niemanden rauswerfen aber ich hab gerade gesagt ich soll einen rauswerfen nein ich hab gesagt nicht dass du mich noch raus wirfst ja jetzt immer die ausreden ich verweiten ja ist klar immer wieder ausreden hat den Turm schon nie oder das Schlimmste mit ihm du heidikosher was sonst schon wiederholt schon wiederholt jetzt muss der Welt schlossensiert wird er hat aber auch erst gestern was das alles Wundersatz H.P. H.P. existiert gar nicht so ich dem auf die Fresse und John H.P. er hat nicht gemacht werden und das ist ein bisschen in die Kameraden und die Kameraden und das hat den Kressen schlagen ja er hatte ich auch immer noch mal das macht er nachdenklich mit denen danach knüpfe ich mir den YouTuber Snickers vor so zum Arsch Snickers der YouTuber die Welt ist gewesen der Westbüter oder oder Alexander Korscheidung ist was das war nicht verpasst also überhaupt nicht erwähnt noch mal die kamera ich hab das nicht gesehen noch mal bitte ich hab ich hab nicht gesehen genau richtig hauen alter was ja ein schlager ok ok jetzt holt er aus aber das wirklich gemacht hat ja also ich dachte immer weich geworden so fühlen sie sich jetzt alle glücklich die ganzen männern ja genau aber das kannst du mal geflogen nein heute nicht vielleicht noch zeig einmal kurz deinen raum blau wende blau wende hoch die hände blau ist nicht meine lieblingsfarbe blau ist der zustand von den meisten alkoholikern ich weiß aber nicht ob jetzt hier irgendwie was sich was an der kamera verändert hat hätte die kamera auch niemand schlagen dürfen aber ich glaube man sieht einen kopf nicht noch höher noch höher hause noch mal das stimmt schnauze geh nach hause ich bin der alex ja gib mir mal gruppenabführer jetzt ich muss mich doch noch kicken oha ansage ja auf jeden fall sag mal wofür gebt ihr euer gold aus wenn ihr wir haben einen store wir haben einen store und geht ganz gut da weißt du was für irgendwelches gold für irgendwelches zeug was gut aussieht also so werden total egal oder was ja hauptsache ja gut hauptsache für recken der kraft wenn oder so liebe damen und herren hat ein ich muss das merken waffenlager slots was waffenlager ich weiß gar nicht was wir bringen na die machen ja ich glaube meine kamera steht noch nicht ordentlich ja ich sag mal bitte ja die wird die die ich nicht wie vorher das ist gut so und sie dann gerichtet ich hab ich in m aber da muss ich mal gucken hau sie noch mal runter dann da passt das so ja 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 ich glaube ich jetzt weiß ich auch warum zu wenig zuschauer hat ja genau deswegen so gut warst du er ist auf Toilette ja du kack gehst dann bis zu 20 Minuten weg alter aber ich jetzt keine Bitte ist dann wirklich 20 Minuten weg na wer startet denn jetzt ne Mission hier ja ich ach so ich hab ja ja okay kameras genauso wie vorher passt doch ne vierer im team das passt doch alles wir können eine 40er Mission machen nein die kann ich kann nicht spielen mit euch ich kann gar nicht spielen mit euch hier seid ihr alle zu schlecht nein lebe es mal ich bin 29 nein ich wette GTA zombie der weil mit dem kann man das gespielt aber mit Jon nicht ja 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 wenn ich nochmal wenn ich mach mal Nein. Alter, ich schau mir grad... Schau mir grad das noch mal an. Hab ich aber richtig reingezimmern, Junge. Ich steh mal vor, die wär's kaputt gegangen, Junge. Ja, Kameras gehen schnell kaputt. Was? Ja, ja. Ich muss öfter gegenhalten. Du musst es doch mal wissen, du hast was von drei geschrottet, nicht wie ich. Ähm, ich hab noch keine geschrottet, also von daher. Rutschgefahr. Ja, ich auch noch nicht. Rutschgefahr. Hau noch mal dagegen, mit einer Hammer, die ich mach. Da hast du ihn nicht geschrottet. Erste, also das Erste, was wir hier machen müssen. Ja, zusammen, ohne Ende. Ich geh eine rauchen. Ja, rauch nicht so viel. Erstick nicht. Sollst du ja noch besorgen, also halten bleiben. Tschüss Leon. Auf ein fröhliches Rauchen, du Quarzer. Du Quarzharzer, du beantragst Quarz 4. Quarz noch meinst du. Oh, jetzt hab ich irgendwie bereitgedrückt. Rutschgefahr, ach du scheiße. Da rutscht er schnell aus. Ich bin ein Torfinger. Äh, ja. Das war schon jeden Tag, lol. Ey, 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 Tocca, Moshexlein. Ich guck grad so, so was. Oh Junge. Ja, das wollen wir jetzt ja nicht laut aussprechen, aber da lese ich so die Partytitel. Und bei Moshexlein Apashit, oh ja. Aber ich muss schon sagen, hier stinkts ganz schön, ne? Ich weiß gar nicht. Hat man das gehört? Ne, ne? Ja, hat man. Leider. Ich hab's aber gesehen. Wenn du zuschauer mit 100 Zonen hast. Naja. Oh, das war's denn, Leute. Oh, Junge. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Leute. Wir sind durch. Wir sind durch, ja. Das stimmt schon. Tschüss, Leon. Oh, mein fröhliches Laufen. Du Quarzharzer. Du Quarzharzer. Du beantragst Quarz 4. Junge, freier dich da rum. Junge, freier dich da rum. Ich hab' irgendwie bereit gesagt. Wunschgefahren. Ne, warte. Ich will mir... Ah, jetzt ist die Aufgabe jetzt schon. Ich hab' ne schnelle Waffe. Einbauen. 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 Alles klar. Ich helf euch. Also, ich steh' blöd daneben und, äh, ja. Ach du Scheiße. Mach's unten auf den Boden. Ich bin ich. Aua. Ich kann jetzt Blue Glow nicht einsammeln. Ah, jetzt, ja. Du sag' mal, warum hab' ich den Lager nur so wenig drin? Ja, wie wüsst du denn jetzt schon mal? Oh, ich hab' ne Eisenstange. Und... Sätt' ihr niemals eine Ninja ein. So, jetzt fühlt' mich wieder freier. Ja, so. Und wenn du niedergestreckt wirst, werde ich dich wiederbelebt. Ja, ist total schön, wenn man hier einfach so'n eigenes Zimmer hat, wo man bisschen Dampf ablassen kann. Ne, Alex, du kennst das Gefühl. Was hast du für ein Gefühl? Was war's? Kleine Wahl. Welches? John? Ey, ja. Äh, dieses Gefühl, Dampf abzulampfen. Äh, sind nur noch drei Helden übrig? Hä? Ja. Ich glaube, in dem großen da befindet sich in das Blue Glow. Was müssen wir jetzt machen? Einfach nur die Bälls verteidigen, oder was? Ah ne, sammeln Blue Glow. Jetzt. Wir müssen auch erstmal eine Bälls aufbauen. Richtig? Machen wir mal da mit an. Ich sammle schonmal Fallen, ne? Aber, sieht nicht so gut aus. Ich hab keine Zeit, denn ich bin der Execute. Da kommt mal! Achtung! Ach, du Scheiße. Genau. Mit diesem Rutschen, das ist so asozial. Wo sind denn eigentlich meine richtigen Waffen hin? Ja, keine Ahnung, keiner hat ja noch grad gesagt. Äh, ja moin. Ich bin einfach schonmal tot. Digga, ich bin gestorben. Gerade eben. Der große Ding ist halt nicht zertrümmert. Wir müssen irgendwann mal nach Vorratsflugung kommen. Ja, nach der ersten Werte kommt einer. Okay, Spaß. Aber ich hab ne leckeres Chipstool, Alter, richtig geil. Tut mir, tut mir leid. Ja, das wird dieser beste Stream ever. Boah. Ich spüre es in meinem Blut. Wenn man ein Standardsraumgewehr herstellen. Da brauche ich erstmal die passenden Teile. Ja, und wie ist denn das mit den Skizzen denn? Musst du da die Skizzen nutzen, die man normalerweise hat? Ja, man hat, muss man ja. Ja, alles. Also, wenn du jetzt krass gelevelte Skizzen hast, dann brauchst du sie relativ lange. Hm. Ja, aber die Skizzen ist doch total verstummelt, ey. Vor allem, man hat nur so ne kleine Pistole und nen Eishockey-Schläger. Ja, und dann, du musst... Äh, Zombies kommen, Leute! Ja, oha. Okay. Wollen wir die Base noch vielleicht ein bisschen dicker machen? Ja, das ist The Rocking Dead, ja. Digga, ich hab noch ein paar Fallen, warte mal. Ja. Ähm. Glauben, ich hab da ne kleine Frage an dich. Ja. Donalds Mutter hatte drei Kinder. Oh, so sick, ey. Jetzt bin ich mal richtig vor, dass zocker diesen, äh, entdecker halt ich hatte. Ich kann mit dem Eishockey-Schläger nicht mal ein Zombie verhauen. Weil er nicht mal trifft. Das ist ne Scheiße. Das Blue Glow hat das Feuer genähert. Das ist Blue Glow. Also Blue Glow habe ich gehört, ist gute Kohle. Oh, Jungs. Die kommen alle. Das ist... Uhhh, verdammt. Scheiße. Jetzt kommen gleich die Vorratslieferung. Wo kommen die hin? Das sind die Nachteile des Passivrauchen. Nummer 2. Nein, Lut. Hahh. Alles Bienen, alles. Ja, ich hab das Beste. Oh, geile Pistole. Ne Grüne. Was hast du denn? Ja, ich hab das Beste. ich glaube eine grüne Pistole kommt dann halt für die Antwort nein äh ich hab die auch grad nicht verstanden warte mal bitte also dann sag ich dir nochmal nein 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 Digga lass mal jetzt bitte kurz nein Alex ich hab hier glaube noch irgendwas für die Wand das ist ja ein Jump hat es installiert ich ich ja du wer sonst ja wahr hab ich auch schon ne Waffe bauen ne ich hab ja hier noch ich hab ja noch ne Vorratsbiste gefunden aha verdammt das ja wie ja jeder hat eine ja zwei Leute hast das weggenommen ja ich hab ja auch noch ne ich hab ja auch noch ne he Jungs wo ist denn die Tür wo wir reinkommen kein Eingang das Ding muss ein wo musst du hier in die Tür sind eins gestoßen ne leckopter ja das ist doch freund wollt ihr mich veräppeln ja moin ja jetzt ne leckopter das ist das ach ja ach ja das ist doch schön eigentlich unfair dass die keine Eisfüße kriegen ja ja Junge wir waren das schon wieder oha was kommt da jetzt oh scheiße jetzt hätte ich meinen Raketenwerfer gebraucht ja Paketenwerfer fängt dann oft hier die billigsten Sachen ich schlitter hier die ganze Zeit und immer mit Schildern ja so viel kann er auch nicht machen gegen so viele Leute ja sobald das geht ich mal wieder mal wieder ja Donalds Mutter hatte drei Söhne Tick Trick und Trak also wie viel kann denn hier Tick Trick Trick Donalds Mutter hatte drei Söhne Tick Trick und Trak Tick Tick und Trak sind aber drei Kinder ja sind aber seine Nässe die Frage heißt Donalds Mutter hat drei Söhne Mulde und hat eine Falle Träume na oder ich spiel noch eine Quarz 4 beantrage Quarz 4 4 oh nein da hat man zu weit ich hab kein Blutloh mehr wer hat ein Blutloh keine Ahnung das ist Spaß jeder fährt von Norden nach Nieden der Wind kommt vom Westen wohin weht der Damm Scheiße die Forscher von einer Blutloh wichtiger würde ich nämlich heute früh mit dem randoms bereiten du musst das beantworten oh das ist ein Ballon Jungs Jungs das Ballon wie siehts da aus mal gucken ich schmeiß noch nicht ein Blutloh rein wenn ich morgen also nachher Jungs wie siehts aus mit dem Ballon kann ich ihn untersuchen ist sie schlecht rein ja schön jetzt habe ich ihn schon alter schon wirklich ich geb dir was ab ja nee jetzt ist spät ich hab aber ein paar fallen ausgespürt spiel um ein bisschen ja Alex steht sein ernst herr ausgesperrt wo ich hab stinkbomben leute jetzt wird es gleich richtig stinkig jetzt braucht er einen raus ne nicht das ich hab schon ich hab das jetzt nur zu tollen ja dankeschön wo habt ihr denn die guten Waffe jetzt? hast du die hergestellt? Alex brauchst du was? brauchst du noch Rohstoffe? brauchst du noch Rohstoffe? Alex wenn wir seine Waffe beherrschen brauchen da brauchen wir es nochmal rüber ernst wir müssen werden Alex, Alex steck ein ich geb's dir gleich? das fängt ja jetzt schon an wo ist denn die Waffe? oh wo ist denn die Welle? guck mal hinter dir ja die Waffe wird schon meint er rücken ja digga warte mal oh warte mal ja Alex komm lass uns erstmal in Sicherheit neilige Sicherheit neilige Sicherheit wir können nicht die sind durch 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 das sind durch die sind durch das sind durch die sind durch die sind durch der war nicht nur ein Eisbärm an ja ne, ist dein Traum auch da das bin ja mein Scheuder! warte mal bei mir! glaub ich kaputt oh scheiße, die sind drinne was? oh Alex, was brauchst du? für ne Waffe ja, oh genau, ich hab hier nur Scheiße ok, ok, wo bist du denn nun? äh, hier ich gebe dir hier die blaue liegt hier drin das ist der Nachtfalke ich bin jetzt auf dem Bach hier vom Bach von Lulo oder nicht so soll ich sie, soll ich sie bringen Alex kann ich nicht machen komm an warte mal, ich bring ich bring sie dir oha, kannst du machen? was brauchst du? kristalle? warte mal ich wollte nur sagen, ich geh jetzt auf ok, ja, wir schreiben uns dann passen wir morgen dann ne Runde Fortnite hier battle royale schweiß einfach mal an können wir machen gut dann erstmal tschau jo, hau rein oh, ich kann mir ja harten, es ist nice verpasst sind außen draus Marc ich kann nicht hier mal, äh, hier Alex wo? wo? äh, Herz mhm, was ist Herz? mhm, was ist Herz? woher Herz? Silbererz ja hier, ich hab ein bisschen wie viel brauchst du? ja hier, 5 ja, hab ich mein ganzes Silbererz Leon ja du bist ein ganz schönes Urschloch ja, äh, wer ist ein Kanatenwerfer? hab ich oh, Kanatenwerfer geil hier komm wo? warte hier let's go ah, hattemori dann hält hier die stellung ich muss ich habe hier eine gute waffe macht ich bin mal gestorben mal wieder das ist doch so krass warum stepp ich immer auch scheiße die sind hier hinten zu viele zombies anscheinend anspruch zu hoch ich wollte aber nicht nur vom kürtenschläger alex hatte durch wir kommen jungs willkommen ich brauche mal vorrätig dass wir haben wir das so eine sturmtour so eine vorrat wie vorwärts bringen mal wieder zeug wo sind die drecksviecher wo sind ja ich mache jetzt kaputt ich schieße die birne weg kannst du glauben alter ja alex ich bin der ich bin immer der erste der verreckt ist aber ich muss auch blutlos suchen abgefährten zocker abgemacht hat er mal nachgeht auf alle mann auch woche von uns es ist alles okay das soll ich jetzt solche wird alles mitnehmen oder wie Ok, ich bunkere alles. Also wer Sachen braucht, fragt mich. Ich glaube, es ist eigentlich auch schlau beim GTA. Ich kann dir leider nichts geben. Ich kann dir keine Heilung geben bis jetzt. Wir müssen noch eine Minute warten, bis ich die Heilung geben kann. Das ist ok. Noch habe ich ja Granatwerfer hier unten geschrot. So. Nein. Ich glaube, da hinten sind ja... Oh, was ist denn da? Da sind zwei Vorräte. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, ja. Warte. Warte. Ich soll jetzt zwei Airdrops öffnen. So, einen Blue Glow habe ich. So. Ja, wo bist du? Habt ihr Blue Glow? Unser Herzbrenner braucht es unbedingt. Ach so, wo bist du? Ne. Also ich habe eins. Ok, der ist voll. Herzbrenner ist voll. Habe ich gerade gemacht. Der Sturm wird wieder stärker. Ich muss jetzt hier kurz irgendwie rauskommen. Ich spare mal weiter. Hatte ich mir schon Sturmgewehr kraften? Nein. Verdammt. Oh, Halper, komm dieser. Oh nein. Ey, was ist das denn schon wieder? Oh, Gott. Das ist schon wieder. Den Verweiler? Ne, ich wurde neben dir gerade kaputt gehauen. Oh du, Studios. Sind dir nur alle Level 40? Oh, ich komm nicht weg. Oh, Halper. Geh rein rein. Geh rein rein. Geh rein rein. Geh rein rein. Oh, Alex springt die ganze Base weg. Ohohoho. 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 Ja, ich will. Ja, ich will. Ich will nicht weg. Ach, danke. Ich will mit Unter. Verweiler. Wo? Hier. Oh, ich bin ich nicht mehr. Verweiler auch. Ja, weil ich es mal wegflogen ist. hat der blutlau okay dann holt man die blutlau vor voranzieferung alex hast du zufällig eine andere waffe er nimmt die glaubt ist glaube es besser dabei war ich bin wieder 20 minuten haben wir es geschafft ich habe ein paar kampfpunkte guck mal 3264 ja du hast ja auch genauso viel ja was muss das muss wollen wir dann mal battle royale normal spielen oder es war hilfreich warum hast du überhaupt ja das ist das problem man hatte haben man nicht so groß wird maul du blöder idiotiker was hier du bist scheiße digga du bist die größte scheiße digga jetzt hat man eine klappe und hat man den ball flach digga außerdem digga wer bringt dich auf so eine idee mich so anzuschreiben bro digga alle klären ja mein spaß aber digga ohne witz hör mal aufwärts hier digga du bist selber scheiße ja ich hoffe du hast dein heim turnier gewonnen hallo und hast nicht wieder nur kassiert ja wo es war bettoyal spielen äh klar nehmt du mich wahr ja und es sind nämlich hat jemand angeschrieben du bist scheiße da muss ich einfach antworten alter da muss ich nicht immer zauern und fick ihn richtig in den arsch so nach dem motto idiot ja mein bettoyal guck mal den chat hat sich jemand beleidigt wo 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 wer 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 hat mich arsch schreib mich bloß wer wer sich wer sich das rein zieht was was äh verpropizieren was wir hier herstellen na klar ziehen sich ein paar mehr rein so nennen äh better royal und los was vor allem bei den letzten äh ich rette die welt stream ja hast du den zuschauen ich hab den stets die sechsten zu neuem weg ja soweit bin ich mit die randoms auch gekommen ja wir haben sogar ne sekunde länger überlebt ja also ich bin ein bär achso der entdecker ja ich bin ein bär hm ja du bist kein bär alle den voll weit weg oder Kevin, wenn du zuguckst, ich schwöre dir, digga, hab nicht so eine große Klappe. Du hast den stets den 16 zu 9 Blick, digga. Fängst du mich schwer? Ja, komm. Könnte den Eimer reiern, wenn ich dich am Montag schon wieder sehe. Komm mal wieder in die Lobby. Alex, komm in die Lobby, sonst passiert dir noch ein Glück, Mensch. Fass mal. Fass mal auf, Alex, ja, wir wollen ja hier nicht, dass wir alle noch weinen, ne, ist ja logisch. Raus. Einfach raus. Ey, Alex, im Shop gibt's den Raben, aber nicht umsonst, sondern für 2000 V-Bucks. Oh, da fehlen wir noch, da fehlen wir noch 50 V-Bucks. Oder du holst dir den Schneefuß, für 1500 V-Bucks. Hab gehört, der hat einen Schneefuß. Nee. Der töst uns jetzt, höchstens ein Pilz, ja. Höchstens den Emote, Lama Kadaver, den finde ich nicht geil. Könnte ich mir holen, aber hab ich die Bock drauf, weil ich den nicht mag. Ja, ja. Das ist richtig. So, all auf bereit drücken. Ich war ja für die nächste, siehste Serie nur noch 53 Tage. Achso. Außer vielleicht wegen dem Lux. Die Lux-Bucks. Ich bin ja der Einzige mit Battlepuff, was ist denn das? Tja, die sind die einzigsten mit einem coolen Skin. Den hab ich aber auch. Aber auch so leuchtend. Ja, auch. Ach scheiße, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ja, ja, warte, nach der Runde. Ich wollte ihn gerade auch. Schick, ich erfüllen. Ja, okay. Genau jetzt. Genau jetzt. Nein jetzt. Ja, warte doch mal, ich krieg dir. Du hörst jetzt mal auf, rumzubrüllen, sag mal, bist du bescheuert? Das ist Nachttour. Es ist Nachttour. Hallo. Warte, weil mich, ich, ich bin ja nicht, ich spreche einfach nochmal und halt bloß mein Mikroar. Du, du brüllst mich noch einmal an, ich schlage dich. Ja. Über die Kamera. Machen wir, so will ich mal sehen. Nein. Sonst ist sie dir nur endgültig im Arsch. Sonst ist sie bloß auch so ein Splitter. Ja, nee, danke. Wofür gehen wir denn hin? Da ist nicht so langweilig. Das, äh, das sie? Äh, nö, nicht Tidal Tours. Nein, das ist nicht langweilig. Nein. Nö, nö. Da möchte ich dahinter. Hier, Frost, Frosty Fleiß. Kommt. Ey, Paul. Wer will denn schon Tidal Tours? Bruder. Ich habe ja nicht Tidal Tours, man kann, ich habe Schiff, die. Ja, dann nach Schiff, die, obwohl, Jungs, was denkt ihr? Ja, okay, okay. Schiff, die, obwohl, wenn nicht, Alex, schaffst du es noch bis Schiff, die? Oh, ja, Marco. Okay. Sonst hätte ich gesagt, bleiben wir hier Polarpeak. Aber, wenn du es schaffst. Ja, da hätte ich ja, 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 ja. Nee, jetzt noch. So, und jetzt nochmal bitte ohne Luschen, ich hole jetzt erstmal ein Flugzeug. So. Falls hier eins steht. Und er steht leider keins. Du, das Flugzeug, er darfst doch eh. Du, meine letzten Male, meine letzten Flugstunden, die habe ich bisher super bestritten. Naja. Schon ewig in der Bette, wo er heisst. Ich habe sogar schon mal einen Teamkollegen hier in den Tod geflogen, weißt du, indem ich hier in der gegnerischen Base einfach reingeflogen bin. Der hat mich nämlich sowas von abgefuckt. Hier, Alex, weißt du auch, wie ich leben, ey. Mit Alf, Digga. Das ist mir eine Truhe, was für ein Henker. Okay, jetzt cool. Ja, der ist low. Ich glaube, der war wütend, dass ich sein Kollegen gefinished habe. Wo ist denn der? Der ist da oben. Oben? Ganz oben, bei dem mittleren Gebäude, wo das Loch drin ist. So, Jungs, ich... Ich komm. I coming for you. Und I will have you. Oder er hat sich hochgeheilt, also ich habe einen low geschossen. Okay, guys. Ich habe einen 80 Schild gezogen. Ja. Ich weiß auch schon, es ist wie Biggies oder so. Ich bin so the fuck sorry. Oh, auf geht's. Bau, oh, bau. Ich habe nur eine Maschinenpistole, Digga. Mit einer Pump wäre ich jetzt besser aufgehoben. Oh, der hat er. Guck mal her, du kleiner Spaten. Dich... Ah, hier. Ja gut, wir waren ja auch aufgeteilt. Ihr hattet mal alle gleichzeitig angegriffen, dann... Ja, ne. Ja, so eine Pump, was soll ich machen? Aber GG an... GG, äh... Warum habt ihr auch alle gleichzeitig angegriffen? Na. Weil wir völlig unkompetent sind. Ja, das reicht nicht, das muss man eigentlich sagen. Das heißt, gestern hat er mich in so eine Weibernummer angeschrieben. Äh, von wegen, sie kommt aus Köln und sie liebt mich an so'n Scheiß. Aber jetzt hat er mich dann geprankt. Ich dann so, vor 24 Stunden, mit ihr so... So, auch so, äh, zwölf, halb eins hat telefoniert. Und das war mir nicht so blöd. So, jetzt schreibt sie mir. Habe mir einen Prüfschluss gemacht. Ich so, warum? Sie so, hat mich betrogen. Und jetzt schreibe ich hin. Autsch. Hm. Ja. Gut game. Nein, ich schreibe Autsch. Gut game. Händen sie persönlich? Oh, in sechs Minuten noch auf den Shop. Wollen wir warten? Nein. Die Runde spielen wir noch zu Ende. Wir können auch, wir können auch was anderes machen. Gruppenkeile zum Beispiel. Was haltet ihr davon? Gut. Ach so, ja, ich sollte ja Kille mitnehmen. Warte mal, wo sind die? Paul, drück sie bitte auf Start. Dankeschön. Uh, na. Ja, so sieht das doch gut aus. Die leuchtende Biatch. Ich mag's so vieles nicht. Zum Beispiel, wenn wir irgendein dummer Klasskamerad mich hier blöd anschreibt, Digga. Ja, das, darauf könnte ich richtig, da könnte ich schon locker wieder meine Kamera zerfetzen. Wer? Ey, bitte, 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 bitte. John, ja, ich arbeite in einer Irrenanstalt. Anstalt. Bewerbung haben wir abgesteuert, aber auch keine Rückmeldung, Digga. Könnte übelst abkotzen. John. Haben daran liegen, dass das ja schon eingezogen wurde. John. Guck mal, habt ihr so eine coole Spitzhocke? Ja, aber, äh, ich musste, also, ich mag ja nicht. Ich hatte halt gefragt, ob ich mal so machen kann, und sie so, ja, äh, dann einfach eine Bewerbung schicken. So, und er schickt man die Bewerbung, und dann geht man zum Vorstellungsgespräch. John, hörst du mich? Ja. Das war ein Gefecht. Ja. Das ist nicht so glücklich. Paul, was ist denn? Ihr wollt vorhin alle nach Polarplägen. Ja. Ja. Welcher Kaffenkammer hat denn? Keviner, der Penner. Der schreibt, du bescheuert, Digga. Das hat er nämlich schon letzte Woche abgezogen, in dem Penner. Gleich erst mal geblockt, zwei Ansagen. Hier gemacht, mit WhatsApp da, diese Audios, die ich von gemacht habe. Der hat, der hat kein WhatsApp geschrieben, oder bei YouTube? Nee, der hat, ja, bei YouTube hat er Noob geschrieben in einem Livestream. So, dann hat er auf Playstation noch, du bescheiße, geschrieben, und Noob, äh, hab ich halt was geschrieben, äh, halt die Fresse, und er so, nö. Und, ja, der kann sich Montag auf Schule freuen, Digga. Dann hat er aber was zu knabbern, der Vogel. Füße ich da erstmal noch rein. Nee, das ist nicht, Digga, aber der, naja, eventuell. Noo, wie kann ich den Fallen wechseln hier? So, bei wem wird gerade geschossen? Ich hätte jetzt eine Blaupump, das, was ich eigentlich vorhin gebraucht hätte. Und ich habe auch noch eine normale Schrotflinte, falls jemand noch keine Waffe hat, oder noch keine Schrotflinte. Ich bringe den Turm unter euch weg, das ist okay. Und ich habe in der Tat noch keine Waffe. Du hast noch keiner? Hast du Sprengstoff? Oh, ich muss jetzt mal klarkommen, ich habe ganz andere Tastengelegungen, hier. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Halt, halt, ich bin noch, ich bin noch hier, ich, ich möchte dir doch nur eine Waffe geben. Ich hab doch schon Waffen. falls du falls du noch money brauchst ich glaube im haus müssen noch welche liegen nimm die einfach nicht ja ich hab doch schon ja ich hab keine ach so ich bin paul hinterher gelaufen sorry ach schon du siehst auch noch ruhig in deinem Leben ja na digga ihr seht also gleich aus vielleicht steht ja auch nicht drüber was? steht ja nicht neuerdings stand da nicht habe ich aber auch nicht drauf geachtet aber so krank sehe ich noch durch nein dass ich dir eine Waffe geben kann das ist ja auch das Gegner ey hier Südwest Alex ist ein Gegner wo ist es? der schießt in der normalen Pistole der schießt ist der besteuert okay gleich pumpen vielleicht eine neue Pump-Munition der hatte nicht viel zu bieten ein Schießeisen und eine normale Pistole ja ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn geklickt äh hat jeder einen Kill außer Gitter-Therum ja ja wie bitte? ja ja und und schon hat er auch ein Kill ja jetzt gerade ja jetzt gerade ich hab da jetzt gerade den Typen gekillt ich hab da jetzt gerade den Typen gekillt und deswegen was na ich na wenn ich ja na digga wenn ich Pump habe du dann ist dann kenne ich keine Gnade du dann wird sich gnadenlos du du dann bin ich aber echt gefährlich ne warte ich kriege keine Truhe warte jetzt bin ich am Zug ja hier oben ich hab sie sie mal ab hier ist ah ist meins jo nö ich brauch davon noch nichts ah hier ist ein hier ist eine Boombox Alex zwei Stück oh alter diesen krass ja gönn dir fassen wir auf ich geb Bock mehr auf das Haus ne oh nein bitte ach du scheiße man jetzt der hättest du für Gegner gebraucht du Dulli John und Alex nimmt die oh scheiße was ist denn das alles klar dankeschön ja soll ich jetzt die andere ja wär gut weil ich hab sonst nur noch das die Schrotbinde ja naja ey nehmt den ganzen laden auseinander und Paul ist da hinten ganz alleine ey der könnte umgebracht werden Leute hab doch mal jetzt da oben oben ins Gesicht Paul der macht das schon ja der könnte aber ja weil da oben fliegt nämlich hin ach so ach so ich hab gedacht die Knarre wäre ein Gegner ok ne es ist Nacht zocker niemals nachts nachts Fortnite das ändert nicht gut aber hier ey aber jetzt wo das ganze Haus gespringt ist ey hier ist eine schwere hier ist eine schwere Schrotflinte Alex Paul ja brauche ich mich ja na komm her ich hab schon eine schwere Pappgarn komm hier komm hier nicht hops hier ja diese Unboxen sind echt krass alter sowas ja damit hab ich grad den kompletten laden verdeckt wo ist hier ne schwere ich seh nur so ein Info da oben da oben weiter oben 20 stamm oder na wo Paul gerade ist oder war Paul hast du die jetzt genommen Nein er hat sie doch ach so alles klar oder ne zocker hat sie genommen zocker 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 ich habe ich habe insgesamt 30 und ich gebe dir auch gerne die Hälfte ab ich denke mir auch noch 5 Euro und nennen 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 das war falsch ich höre übrigens zu tun lass sie mal erst looten hier vielleicht ist da vielleicht ist da money drin für dich ach so hier über uns oder ich glaube hier ich glaube über uns ja hier über uns hier alex treppe ja ich weiß nicht was da drin ist ich habe doch gesagt der kommt alleine nicht klar ach so ne zocker 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 ich ich wusste ja gar nicht dass das geht was geht was soll ich ja vorrückte morgen junge so alex ich gebe dir dafür alex hast du jetzt ein bisschen schrot money oder lass mich erst mal ne mache ich nicht ich habe ich habe noch 15 mit aber ich gebe dir mal 12 ja weil du weil du dich durch den gegner gestorben wird nein ich weiß ich habe noch wenig mit so kann man den schirm geben jungs ich glaube das ich habe ich habe 15 verband mir kann nichts passieren oh ah ähm wer ist denn hier gerade mit dem flugzeug geflogen lol wie viele flugzeuge sind da unten noch halbster quetsch rechter flügel rechter flügel sehen wir suchen oder sollte ich sagen thomas müller rechter flügel leon ist noch da ja ja kleiner quorzer oh lol ne he 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 ja warte ich bin gleich da he he hier he 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 jo ich fahr weg hier an einem Sturzschaden ich sehe das schon das ist das haus das werden fahren können ja kann das oh scheiße die arme umwelt hier baum gefällt die berge fällt den haben wir aus dem anfang genommen haben wir bis vierte anfang wir überdauern jetzt die paar gegner hier oben im flugzeug die 28 oder diese ah ne insgesamt 24 gegner nur noch für uns was weiß was weiß was weiß das vielleicht nicht nicht zu die jetzt bewegt sich keiner mehr bei mir ich hätte doch irgendwo noch eine schadensfalle schon ja mir alles gut ok gut ja ich weiß bescheid bei wen ist das? bei mir mein Bruder und meine Mutter kamen dort rein wahrscheinlich haben die jetzt DVD geguckt oder sowas weiß ich nicht Digga warte mal da ist ein Dukdok hey hey alter Alex Degu ja man älter nimmt das nicht alles alleine so ego ist so ego ist zu schwer ist weißt du weißt du so meine Mutter und meine Mutter ich und halt ihre ihre Kumpels sind so am Glühwein stand so meine Mutter und ihr Freund also ihr Kumpel halt nehmen sich halt Glühwein wollten Schuss rein machen aber einer also war ja schon wieder hier aber Digga pass auf einer der davor war der hat halt ähm sich den Rest vom Amaretto oder so reingemacht hat ja eine Kumpel bloß von meiner Mama so gesagt na toll jetzt hat er sich alles alleine in gekippt so egoistisch wie er ist aber hey ich hab gehört nächstes Jahr wird wieder alles besser hat er noch am 30. gesagt am 30.12. Liga das war sowas von geil aber John am besten war John am besten war ähm Chris ähm Chris Christian Warte nicht auszeigen warum bin ich denn jetzt ausgeflogen hier wir sind abgeteilt wir sind abgeteilt sag hier Flugzeug weeeee scheiße am besten war wie er da gekocht hat sind wir sich schon auf dem öffentlichen Alter na heute sind ja gleich ohne den aber heute im Petulino alter mein Onkel Onkel Ramon und ich war so voll auf dem Wackelpudding so ihr floh voll auf dem Wackelpudding so ihr sprich leider die Kinder sind so weit von geflogen Digga komm flieg runter flieg runter flieg runter nur rückwärts wie bitte wie bitte eigentlich für Kinder ne aber ja ihr Jungs ihr Jungs auf uns wird geschossen wo ja ja navigier mich mal halt falsch man kann es jetzt mal auf kann es jetzt mal wieder fliegen alter das ist ein Lama zum abschießen Fluchstunde ja wir lernen heute wie bei okay man man ich ja nein was ist kaputt hallo funktioniere Jocker geht aber weg ich will aber auch fliegen ich werde dich fliegen fliegt ja ich weg zu meinen sitz schon auch fast kann ich das jetzt hier auch abgeben wer brauchen wir jetzt vorbei einfach rückwärts einen berg hoch hier rollen wie viel braucht ihr ich brauch zwei also wie viel braucht ihr leute wie viel ja wir sind leider schon zu viel zu mir echt leid aber wirst du können da würde ich sagen voll verdient aber du bist ja da nicht kämpfen ok ich habe ich habe ein niedergestreckt ja du kannst wieder auch leben ich tanze jetzt rum in meinem zimmer um um ausrasten diese werden auch noch haben ach schwecker ja ich wusste nur um ich glaube hätte nicht da landen sollen ne hätten wir auch nicht oh mein Bruder macht auch noch faxen Bruder 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 Scheiße Moshex Oh der Papierflieger Bruder Bruder ich bin Moshex Bruder was geht Bruder was geht Bruder ich bin Moshex Ach du Scheiße Expertin sieht ja aus wie der Mathelehrer Skin von mir der dem ist kostenlos auf Playstation auf aufgeweckt das ist so eine dumme verblödelte Scheiße kann selbst ich ja tanzen hier seht Livestream Expertin die sieht süß aus mit Laptop auf dem Rücken Alter ey könnte ich selber noch aufgeweckt machen und dann und dann hast du und dann also wenn dir 20 V-Bucks fehlen und du 20 V-Bucks hast dann hast du 20 V-Bucks mehr dumm oder die Dummheit kriegt dich ne Alex ey wir sehen uns morgen mein Freund und dann klären wir das hast du morgen Zeit ne wahrscheinlich oder vielleicht kurz ja kurz 5 minuten oder auf jeden Fall nicht zocken im Morgen hab auch euren rauscannen gedacht ok ne das war ungesund also ich nicht abends rum das hat er auch grad schon gesagt ich abends rum du hast du vermisst du hast du vermisst ich nicht ich war gestern beim Eisbandspiel und ich musste heute früh oder gestern früh halt raus am Freitag war ich beim Eishockey kam ich erst so war ich für halb eins erst mit einem fertig und da brauche ich dann auch nicht mehr anfangen zu zocken und ich musste halt um 8 Uhr schon aufstehen Digga wegen Fitnessstudio und so ja ihr habt schon richtig gehört so ein Streichholz wie ich jetzt im Fitnessstudio seit 4 Wochen jetzt fast schon ja leo und du halt die Klappe du du bist selber so ein streichender streichholz Käse du du schießt zum abziehen Digga naja Junge was war hier denn gerade manchengruppen oder wie Käse zum abziehen mit Quarz drin Digga also da beschweren sich ja den Leute bei Kaufland oh du machst mich schon mehr du kriegst mich in Rage du siehst den Käse noch mehr endlich aus also muss man sagen halt ich esse gerne Käse aber nur den Butterkäse und nicht den Quarzkäse ach ja und ich esse gerne Käsefüße hm schon mal Marmorkuchen in der Marmorplatte mit dabei eine Käsefüße eine käsige Angelegenheit naja ja naja naja also ich äh leon ich freue mich schon gar nicht morgen auf David und so ein scheiß und auf Kevin freue ich mich am allerwenigsten weil den schaue ich nicht mal mit dem Arsch an wenn der Vogel mich einmal anquatscht dann kriegt er aber solche Sprüche und die wenn richtig eklig denn ich habe keine Lust mehr auf diese gemeinsame Gesellschaft weil ich bin der Andreas war das ähm link nicht der ères ich meine Andreas von er gonna in den neuen aufgebauten gebäude ja ich bin nicht von außen und von außen an der straße ich weiß nicht weil auf dem weg zu dir sind fünf mir hatten hat oder nicht der ich bin insgesamt ja ich sehe das weiß ich bin dann gar nicht zu dir jetzt sind sie abgehauen und durch ja ja nämlich sind viele ich brauche wie eine pump oder sowas ja jetzt hat jemand das stinkbombein aber ich weiß nicht von wo ich musste ich muss weg hier auch hier unten naja fast komplett im eingebäude weg scheiße ja bruder und ich bin jetzt alleine bruder ja aber komplett wer sind meine drei zuschauer ich picke euch jetzt raus und dann sage ich euch ihr habt sowas niemals und ich jetzt kurz polan ein moment ja alles klar dankeschön bereit soll ich komme hin dass dein rücken lästern genau was wenn wir bei mir war ja mal richtig dumm eben ich bin auf gebäude landet auf der außen mauer kurz mit dem fuß berührt bin aber noch und durch den schwung bin aber noch weiter laufen so quasi mit durch den schwung und so und dann und dann kommt der reinbruch ja war natürlich cool ne cool Aktion noch zwei stufen im krieg 100 v macht es warum hast du verlassen habt ihr immer schlimmes über mich gesagt oder was du ich werde für bahn du pass auf ja du ich werde gleich ein detektiv anrufen und der detektiv heißt sherlock hummels also sherlock matz hummels hat der bock auf andere spiel wer du naja aber nicht minecraft könnt ihr knicken ach du scheiße sein komplett anderes game ja liebe damen und herren ich mache schon mal fordnet aus leute ich habe keinen bock heute mehr fordnet wir sehen uns auf jeden fall bis zum nächsten video euer john haarpunkt ja wer jungs wer ist john haarpunkt digga kotzt mich übelts an digga john haarpunkt tschüss auf jeden fall tschüss john haarpunkt ist scheiße